Joey, ich habe literally gerade 10 Minuten bevor wir angefangen haben zu telefonieren eine richtig süße Nachricht von Matthias bekommen. Und zwar hat er mir geschrieben, dass neben ihm im Bus gerade ein Mädchen stand und statt ihn anzusprechen, hat sie so richtig offensichtlich ihr Handy vor sich gehalten, sodass man sehen konnte, dass da die Nervigen lief und dann hat sie ihn so richtig süß angelächelt. Und das fand ich total süß. Und deswegen wollte ich das jetzt unbedingt erzählen. Oha, nee, warte, ich muss es erst mal verstehen. Also sie hat ihn erst mal erkannt als dein Freund. Und dann hat sie, um ihre Wertschätzung ihm gegenüber zu zeigen, ihm quasi so ein bisschen den Handy-Screen hingehalten, damit er sieht, er hört quasi den Podcast seiner Freundin. Nee, sie hört den Podcast seiner Freundin. Ja, sie war gerade literally am die Nervigen hören und hat ihn gesehen und war dann so, anstatt irgendwie was zu sagen, hat sie ihm einfach das Handy so hingehalten und so gelächelt und war so, guck mal. Oha. Ich kenne dich und guck mal, was ich gerade höre. Schon irgendwie, also bisschen creepy, aber echt süß. Ich finde es richtig süß. Ich hätte voll gerne mal so eine Begegnung. Ich fände das so cool. Aber guck mal, wenn sie nicht mal Hallo sagt, sondern wirklich nur den Screen hinhält, so was, wie reagierst du dann darauf? Was hat er gemacht dann? Er hat einfach, er hat einfach zurückgelächelt und so, also so ein bisschen gelacht und zurückgelächelt, so. Boah, ich würde bestimmt so richtig cringe, dann so einen Daumen nach oben zeigen. Ja. So richtig so, ja, super, so mit beiden Händen, Daumen nach oben. Ja. Nö, also ich habe ihn auch gefragt, so, was hast du denn dann gemacht? Ähm, zurückgelächelt oder hast du irgendwas gesagt? Er meinte nur so, ja, er hat zweimal zurückgelächelt. Sehr gut. Ich habe sie angelächelt und sie mich auch. Aha. Das war die Story, aber ich fand es irgendwie mega putzig und wollte es unbedingt erzählen. So fangen halt auch romantische Also, falls du das gerade hörst. Ey, nein. So fangen halt auch romantische Komödien an. Also, Julia, pass gut auf. Ey, hör auf. Bald schnappt dich die Laura weg. Ey, die war, ich weiß halt nicht, wie alt sie war, ne? Ich hoffe, ich hoffe zu jung. Ansonsten, girl, never do that again. Was denkst du, wie sie hieß? Es war eine Laura, oder? Oder doch, eine Leonie? Eine Jasmin. Ja, könnte eine Leonie gewesen sein. Irgendwie stelle ich mir so eine kleine Leonie vor. Ich weiß auch nicht. Ja, ich glaube schon. Leonie ist halt so der top-notch Pferdemädchenname, ne? Muss man an dieser Stelle mal sagen. Also, wenn ich Leonie lese, dann denke ich sofort an so eine Pferdeschnauze. Oder eine... Oh, du Assi. Nein, also an die Schnauze eines echten Pferdes. Es war jetzt nicht irgendwie bösartig gemeint, von wegen Leonies haben eine Pferdefresse oder sowas. Nicht so. Hat sie aber so angehört. Ja, ich weiß. Ich weiß auch, Mann, ey. Nee, aber es war bestimmt eine ganz hübsche Leonie. Egal. Egal, Leonie, falls du überhaupt so heißt, liebe Grüße an dich. Ich hab mich sehr gefreut. Ich hab mich auch sehr gefreut. Das fand ich sehr süß. Ja. Das wollte ich erzählen. Sehr schön. Ja, geht's dir gut, Julia? Damit... Erstmal Hallo, Leute. Hallo, Leute. Haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Ja, ich ärgere mich wirklich jedes Mal darüber, dass wir das vergessen haben. Ich mag das nicht, wenn Leute das nicht machen. Echt jetzt? Ich denke dann immer so, Hallo, hier sind so viele Leute, die zuhören. Sag doch wenigstens Hallo. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir zerstören damit eher die Illusion, dass Leute einfach so Teil unseres Gesprächs sind. Weißt du? So von wegen, dass sie so... Ich glaube, die haben auch so ein bisschen das Gefühl, sie können jetzt so heimlich zuhören, was wir so privat zu besprechen haben. Ist das besser? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich mache mal eine Instagram-Umfrage, ob man Podcasts eher so hört, im Sinne von, ich will Teil des Gesprächs sein oder ich will heimlich zuhören. Ja. Also quasi, frag einfach, wollt ihr begrüßt werden oder nicht? Das kann ich auch machen. Weil ich glaube, es ist gar nicht so im Sinne von, dass die Leute sich dann wertgeschätzter fühlen. Ihr braucht doch nicht ein Hallo, oder? Also, wenn dann müssen wir halt auch die Vornamen sagen, aber das wird schwierig. Das stimmt. Obwohl wir noch gerade darüber geredet, das heißen eh alle Leonie, die uns hören. Nee, hä? Also, ob nur Pferdemädchen uns hören, das hören auch coole Leute, ja? Oha! Ne, Leonie war bestimmt total cool. Nein, ich muss auch sagen, ich habe keine Abnergung gegenüber Pferdemädchen. Könnt alle so viel mit Pferden machen, was ihr wollt. Außer ihr seid böse zu denen. Das ist nett von dir. Sonst sind wir wieder beim Thema Pferdeschlitzer und das wollen wir nicht, Julia. Pferdeschlitzer? Was ist das denn? Hä, da haben wir doch schon mal drüber geredet. Als mein Hund fast vergiftet wurde, habe ich auch davon geredet, dass es auch Menschen gibt, die nicht nur Hunde vergiften, sondern es gibt auch diese Pferdeschlitzer, die dann so mutwillig... Heißt das dann Pferdeschlitzer? Ich glaube, also die Bild-Zeitung schreibt safe Pferdeschlitzer. Ah. Ja, okay, das heißt ja aber nichts. Nee, ich habe das jetzt gerade Pferdeschlitzer genannt, aber es sind halt die Leute, die dann wirklich so an so einer Pferdekoppel vorbeigehen und da einmal mit einem Messer durch den Bauch gehen. Das gibt es ja wirklich. Das ist ja so ein Ding. Oh mein Gott. Ja, ja, das... Darüber hatten wir schon mal geredet. Ich wusste nur den Namen davon nicht. Wollte ich wahrscheinlich auch nicht wissen. Ich glaube, die Leute nennt man dann auf jeden Fall nicht Pferdemenschen. Das sind auf jeden Fall das Gegenteil von Pferdemenschen. Ich würde auch sagen. Aber wir wollen die Folge jetzt nicht mit so einem schlimmen Thema hier wieder anfangen. Warte mal, aber wenn wir jetzt schon einmal bei Pferden sind, findest du nicht auch, das sind so völlig weirde Tiere? Die sind so... Was? Ich denke, bei so Tieren, die größer sind als ein Mensch, immer so, wie bist du dazu gekommen, so auszusehen, wie du jetzt bist? So, weißt du, obwohl, also es sind ja offensichtlich dümmere Tiere als Menschen. Aber warum sind die dann so groß? Das ist doch dann alles so unhandlich und so. Die sind halt so blöd und groß. Das macht irgendwie keinen Sinn. Wir sind denen überlegen oder wir regieren die quasi in Anführungszeichen. Aber trotzdem sind die größer als wir. Das passt nicht. Ja, ne? Irgendwie müssen die dann auch schlauer sein als wir. Das ist irgendwie für mich immer komisch. Ja, voll. Ich frage mich auch bei so Tieren generell, die halt stärker sind als Menschen. So, keine Ahnung, Löwen, Tiger, alles, was es so gibt, Elefanten, bla bla. Warum haben die Menschen es geschafft, die Erde einzunehmen, obwohl wir gegen die theoretisch überhaupt nichts tun könnten und die nicht? Ja, weil wir halt intelligenter sind. Weil wir halt wissen, wie wir quasi mit mehreren Leuten halt dagegen ankommen und dann können wir auch einen Löwe, der uns gefährlich ist, quasi, quasi, ich will nicht sagen, besänftigen. Ja, was auch immer. Ich habe auch letztens tatsächlich noch so ein Video auf TikTok gesehen, wo irgendwie so ein Löwe durch den Vorgarten gelaufen ist und da waren dann so fünf Menschen, die versucht haben, den in Schuppen einzusperren. Wo ich so dachte, Alter, dieses Tier ist eigentlich so viel krasser als ihr und ihr schafft es trotzdem, die einzusperren. Vor allem Löwen im Schuppen einsperren. Ich will gar nicht wissen, was der Löwe macht, wenn sie ihn wieder rauslassen. Ja, ich habe auch gedacht, ich weiß nicht, ob das jetzt so die nachhaltigste Lösung gerade ist, aber gut, keine Ahnung. Vielleicht haben sie dann hoffentlich irgendein Tierrettungs- irgendwas angerufen. Kannst du dir vorstellen, irgendwo zu wohnen, wo einfach so ein Löwe in deinem Garten auf einmal sein könnte? Nein, null. Ich finde das so krass. Also schon alleine, wenn ich Kinder hätte und wüsste, hier laufen irgendwo in der Nähe Wölfe oder Bären oder sowas rum, die einfach in den Garten kommen können und mein Kind auffressen, ey, ich würde wahrscheinlich so einen riesen Betonbunker um meinen Garten bauen. Julia, also ob das jemals passiert ist, dass ein Wolf in den Garten gehüpft ist und ein Kind gefressen hat, das passiert doch nicht. 100 Prozent, natürlich. Die Wölfe haben doch übelst Angst vor Menschen. Die haben safe sogar Angst vor deinem Kind. Niemals. Ja, wenn wir es jetzt schon einmal gesagt haben. Also kommt drauf an, wo und was für Wölfe logischerweise, aber sowas passiert doch andauernd oder dass irgendwelche Hyänen oder so irgendwelche kleinen Hunde mit aus Gärten nehmen. In Brandenburg, die Hyänen. Na, ich meine ja nicht in Deutschland. Du hast mich doch gerade gefragt, ob ich mir vorstellen kann, wann? Du hast mich doch gerade gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in solchen Gegenden zu wohnen. Nein, du meinst nicht Hyänen, du meinst diese Kojoten in L.A. Ja, genau, genau, Kojoten, nicht Hyänen. Das hat nicht das Gleiche, ach egal. Boah, ich hab mal hier von Bill und Tom Kaulitz, die haben mal Ich hab auch genau darüber darüber gesprochen. die hatten so, die hatten mal erzählt, die hatten so einen Dackel, als sie nach L.A. gezogen sind und dann wurde der einfach von einem Kojoten gefressen im Garten. Ja, imagine. Das ist echt grausam. Ja, und das kann halt auch mit deinem kleinen Kind passieren. Also das solltest du sowieso nicht allein im Garten lassen, aber trotzdem. Aber voll komisch, ne, dass auf einmal, warum sind da Kojoten und sonst nicht? Es sind ja auch einfach nur so Hunde. Ich will auch einen Kojoten hier haben. Eigentlich wahrscheinlich nicht, weil es wäre nicht gut für Poppy, aber Irgendwie cool. Ich will mal einen Kojoten sehen. Das nehme ich mir jetzt so als großes Ziel in meinem Leben. Einmal einen Kojoten sehen. Okay, ja dann, gut, viel Spaß dabei. Ich kling mich da aus. So, Julia, ich habe gefragt, wie es dir geht. Erzähl mal. Jetzt mal aber auch ehrlich, weil ich glaube, dir geht es nicht so gut. Jetzt geht es mir wieder gut, muss ich sagen, weil ich habe das schlimmste Wochenende meines Lebens hinter mir. Ich habe so ein bisschen auf Instagram mitbekommen. Wahrscheinlich nicht das Schlimmste meines Lebens im Endeffekt, aber wirklich, es war ein Wechselbad der Gefühle. Wechselbad? Ey, wirklich. Ich bin, also ich erzähle es einfach mal, ich würde sagen, ich erzähle einfach mal, oder? Erzähl einfach mal. Willst du mal von meinem Wochenende hören? Ja. Also, ich war am Freitag beim Kölner Treff. Das ist eine Talkshow, die im WDR läuft. Was ist das für eine Zielgruppe? Wer guckt es? Schon so 40 plus, oder? Ja, also mein Papa hat das früher tatsächlich auch immer geguckt. und guckt es auch immer noch. Deswegen, der wollte auch unbedingt mitkommen. Als der gehört hat, dass ich beim Kölner Treffen war, der so, ich sitze im Publikum. Kann man sich einfach so Paten kaufen fürs Publikum? Oder wie läuft das? Weiß ich gar nicht. Wir haben halt gefragt, ob er mitkommen kann. Ah, okay. Oh, süß. Darf ich einfach so ein bisschen... Ja, es war auch ein bisschen lustig. Also es war ein bisschen unangenehm fast. Nein, eigentlich war es nicht unangenehm. Es war nur lustig, weil vorher waren wir halt in so einem Gemeinschaftsraum mit den ganzen anderen Leuten, die da auch zu Gast waren. Und dann war ich immer so, ja, das ist mein Papa. Und die so, ah, okay, cool. Ja, aber mein Papa ist ja total locker und cool, deswegen... War es nicht cringe? Nee, war gar nicht cringe. Aber ja, es ist immer süß, wenn man dann so sagt, ja, das ist mein Papa. Und weil normalerweise nimmst du halt nicht deine Eltern mit zu solchen Sachen. Aber die meisten sind halt auch älter als ich, die da hingehen. die Zielgruppe von Talkshows fängt, glaube ich, so ab 35 irgendwie an, glaube ich. Es ist ja jetzt aber auch nicht so eine Talkshow wie Oliver Geissen oder Britt oder wie das hieß, sondern es ist ja schon eher so eine Polit-Talkshow oder auf jeden Fall irgendwas... Nö, gar nicht mal. Nö? Nö, also eigentlich relativ lockeres Freitagabendprogramm, würde ich sagen. Also die läuft halt freitags 22 Uhr. Und das ist halt immer unterschiedlich. Die haben super unterschiedliche Gäste. Bei mir war jetzt, bei mir war Harald Lesch da, der Astrophysiker, den übrigens, bin jetzt übelst der Fan, der kann so gut einfach erklären und reden für den absolut dümmsten. Man hört den so gerne zu. Ich hoffe, also ich muss mal gucken, vielleicht hat der, nee, der hat safe keinen Podcast. Weil als er reinkam, hatte er sogar noch über gemischtes Hack geredet und er kannte das gar nicht und er hat die, er hat, wie hat er es nochmal genannt? Viertel-Fund-Hack oder sowas. Wie heißen die nochmal? Irgendwie so Viertel-Fund-Gehacktes oder so. Das war lustig. Weil die irgendwann mal über den gesprochen hatten, dass er bei einer Talkshow irgendwie immer so schnell Bier austrinkt. Irgendwie sowas war das. Und hat er diesmal wieder so schnell Bier ausgetrunken? Ey, ohne Spaß. Ich musste ein bisschen lachen. Weil ich, ja, die haben wirklich jedem einen Kölsch dahin gestellt und ich gucke so fünf Minuten später, seien es war halt fast leer. Ey, aber so einen Kölsch ziehst du halt auch weg wie nüscht, ne? Ja, das ist ja halt auch gefühlt nur zwei Schluck. Wahrscheinlich schon, ja. Es ist schon ein sehr kleines Glas, das stimmt. Aber die haben auch nicht nachgelegt, deswegen war das, also Ah, okay, gut. Der hat jetzt auch nicht die Chance gehabt. Ich glaube, hätte er auch nicht gemacht. Ist auch total egal. Hätte auch machen können. Aber, ne, das ist halt so eine voll bunte Gruppe und deswegen hat da so jeder irgendwie so sein Thema und dann wird es mal ein bisschen politischer oder halt auch nicht. Aber bei uns war es jetzt eigentlich gegen voll klar. Aber ich bin halt immer so ein bisschen ängstlich, was Talkshows angeht. Ich habe in meinem Leben vorher eine Talkshow gemacht und das war wirklich das schlimmste Moment. Also, es war ganz schlimm. Was waren das? Weil, das war halt wirklich, das war auch so eine, ich weiß gar nicht, wo die lief. Dieb und deutlich hieß das. Und, ja, da wurde es halt deep und deutlich. Und, das war halt super unangenehm für mich. Guckt euch die bitte nicht an, Leute. Ich habe wirklich Richard verkackt da. Was war das denn für ein Sender? Ist das öffentlich-rechtlich? Ja, auch öffentlich-rechtlich. Ja, ja. Und wann war das? Warum habe ich davon nichts mitbekommen, UR? Es ist schon länger her. Ja, das ist schon sehr lange her. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber so ein, zwei Jahre ist das schon her. Na, okay. Und, das war halt das erste Mal, dass ich in einer Talkshow war und ich hatte ja immer so mega Angst vor Interviews und so und dementsprechend ist eine Talkshow jetzt auch nicht so das, wo ich mich am wohlsten fühle. Und da ging es halt wirklich so die ganze Zeit um so zwei Extreme. Also, da waren zwei, die politisch halt wirklich komplett anders eingestellt waren und ich saß da so zwischen und dachte mir so, oh mein Gott, Hilfe, wo bin ich hier? Oh Gott, ach du Kacke. Tut einfach so, als wäre ich nicht hier. Genau, ich wollte mich halt wirklich null Prozent da einklinken und dachte wirklich so, ich kann hier nur was Falsches sagen, weil die beiden gehen gerade richtig ab. Und ich saß da halt so zwischen und danach ging es halt irgendwie so um meine Videos und ich war so, äh, ja, also genau, YouTube, haha, lustig. Ja, und, ähm, ja, war einfach ein bisschen unangenehm. Und deswegen hatte ich halt so noch mehr Angst vor Talkshows, aber im Endeffekt war das alles cool. Also, es lief gut. Ich bin ja jetzt auch ein bisschen lockerer, was Interviews angeht und so. Ich kann das ja jetzt ein bisschen besser und fühle mich sicherer auf jeden Fall. Deswegen an sich war der Abend halt aufregend, weil ich wusste so, okay, erste Talkshow jetzt wieder. Ich begebe mich wieder in mein unangenehmes, unwohlles Terrain. Aber das war ganz cool. Ja, aber über was habt ihr da so geredet? Ich dachte, ihr redet da jetzt wirklich über Ukraine-Krieg und, ähm, und Gaskrise und, ähm, und Ölpreise. Nee, 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 also bei, nein, 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 es war gar nicht so was, so auf aktuelle Themen, sondern jeder hat so ein bisschen von sich erzählt, was halt bei, bei, ähm, jedem selber so gerade Thema ist. Also, bei mir ging es halt viel um Schauspielerei und YouTube und, äh, meinen Umzug, der irgendwie sowieso richtig krass thematisiert wird in allen Medien gerade. Ich komme, also, ich verstehe das gar nicht so richtig. Es gibt tausend Artikel von, äh, weiß nicht wie vielen, ähm, T-Online-Bild und keine Ahnung was. Promi-Flash, natürlich. Genau, dass ich umziehe, wo ich denke, hä, wen ihr juckt's denn? Das ist total crazy irgendwie. Aber, ähm, ja, um solche Themen ging's halt und dann waren noch, äh, Chris Tal war da, ähm, der hat halt auch so ein bisschen einfach von, von seinem Weg und so erzählt. Kida Ramadan, das war ein, also, es ist ein Schauspieler und Regisseur, der jetzt so mit seinem ersten, äh, also mit einem Regieprojekt von ihm da war und hat der so ein bisschen über sein Leben erzählt. Dagmar Berghoff war da, die erste Tagesschausprecherin und, ähm, die, wie du das auch erzählst, so als ob ich jetzt Luftsprünge machen würde, nur weil ich gesagt habe, dass die Tagesschau meine Lieblingsnachrichtensendung ist. Nein, 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 das meinte ich gar nicht, aber gut, da hab ich dann doch schon kurz an dich gedacht, was auf dem findet Joey das jetzt auch cool? Ich muss ehrlich sagen, ihr Name sagt mir gar nichts, I'm sorry. Ja, die hat auch vor 20 Jahren ihre letzte, ähm, ihre letzte Tagesschau moderiert, also, war komplett vor meiner Zeit und wahrscheinlich auch vor deiner Zeit, wo du angefangen hast, Tagesschau zu gucken. Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, aber war ganz cool, von der so ein bisschen, äh, zu hören irgendwie, wie, wie so ihr Leben war und was, was die so alles erlebt hat, so, also, ist schon interessant gewesen, aber es ging gar nicht um solche, ähm, nicht viel um solche, äh, weltschmerzkritischen Sachen quasi. Okay. Also, es war eigentlich ganz locker. Also, auf jeden Fall bin ich, ja. Also, war gut. Kölner Treff war gut. Ja, war gut. Ja, war nicht unangenehm, könnte ich mir sogar, äh, angucken. Hast du Werbung für unseren Podcast gemacht da? Nee, leider nicht. Perfekt. Ich hab mich dazu nichts gefragt. Tut mir leid. Hättest du auch einfach mal so sagen können, ne? Übrigens, ich hab auf dem Podcast, Leute, folgt mir. Ja, so aus dem Nichts einfach, ne? Sie fragt mich grad so irgendwas Kritisches zu, äh, weiß ich nicht, ähm, Hate im Netz. Und ich sag dann, ja, übrigens, also, äh, in unserem Podcast, da reden wir darüber, dass Hate im Netz nicht gut ist, hättest du sagen können, oder? Ja, Jürgen, du bist ja gerade umgezogen, ne? Ich muss an meinem Marketing. Und da hättest du sagen können, ja, und übrigens hab ich auch gerade einen neuen Podcast gestartet. Könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Ja, stimmt, ich muss an meinen Marketing, äh, Künsten muss ich noch ein bisschen arbeiten, da hast du recht. Ich finde, wir machen jetzt mal hier so eine Wette, mal nicht eine Wette, sondern so eine Vereinbarung. In deinem nächsten medialen Auftritt musst du ganz, musst du, musst du, musst du Werbung für unser Podcast einbauen. Ich finde, das haben, das haben, hat unser Podcast verdient. Okay, ich bin tatsächlich nächste Woche sogar, bei einer Show, wo ich das eventuell schaffen könnte, das einzubauen. Du kannst das auch so richtig cringe machen, so völlig kontextlos. Ich hab übrigens auch einen Podcast. Oh, nee, Joey, nee. Also, da müssen wir schon wirklich eine Wette machen, von der ich auch was hab, sonst kannst du mich da, da mach ich nicht mit. Ja, du kannst ja vorlegen und danach bin ich irgendwann später dann dran. Ich hab jetzt auch bald ein Interview. Kann ich auch sagen. Ja, aber ich bin in so einer, ich bin, ich geh nächste Woche wieder in so eine Quizshow. Warum, was machst du denn du auch die ganze Zeit, Julia? Ich weiß es nicht. Könntest du vielleicht auch nochmal deinen anderen, also deinen normalen Job wieder machen, mit YouTube? Hast du mal gesehen, wie lange kein YouTube-Video mehr kam? Ich mach den Januar Pause, außerdem bin ich gerade am YouTube vordrehen, okay, lass mich in Ruhe. Das hat gerade gesessen, das hat dich getroffen, das war Salz in der Runde. Hat es tatsächlich, ja, war es auch. Ich lass YouTube nicht schleifen, okay, lass mich in Ruhe. Ja, vor allem ich so, hab schon vor über einem Jahr aufgehört. Echt so? Ich brauch mich gar nicht in melden. Du hast wenigstens gesagt, du hörst auf, ich nicht. Siehste. Nee, aber wo war ich jetzt? Du hast mich jetzt aus dem Konzert verbracht. Ja, dann kam die Bombe am Sonntag. Ja, genau. Ich war schon so ein bisschen angeschlagen tatsächlich, also ich war jetzt nicht so super gesund, auch die ganze Woche schon nicht. Ich lag, ich lag eigentlich Mittwoch auch zum Beispiel den ganzen Tag krank im Bett. Wann jetzt Mittwoch? Mittwoch davor. Ach so. Du lagst Mittwoch krank im Bett, dann Samstag ist nochmal ausgebrochen, oder wie? Ja, es war halt die ganze Zeit immer noch so ein bisschen da. Und dann war es halt aber so, dass ich nach Kölner Treff bin ich ins Flughafenhotel gegangen. Ich habe wirklich das unnachhaltigste Wochenende meines Lebens gehabt. Ich schäme mich auch wirklich sehr, aber es ging leider nicht anders. Ich bin dann nämlich ins Flughafenhotel um 23 Uhr oder so, als wir dann fertig waren. In Köln, dieses Moxi-Ding da? Genau, in Köln am Flughafen. Das ist auch das einzige Hotel, was es da gibt. Ja, aber das war sogar ganz cool. Ja, war cool? Also ich habe es mir wesentlich trashiger vorgestellt, als es war. Ich fahre da immer, immer wenn ich zum Flughafen in Köln fahre, denke ich mir so, wer geht denn in dieses Hotel? So Flughafenhotels habe ich noch nicht verstanden irgendwie. Ja doch, wenn du halt um 4.30 Uhr aufstehen musst, selbst wenn du direkt gegenüber vom Flughafen bist, weil du um 5.30 Uhr Boarding hast, dann schläfst du da. Das war nämlich bei mir so, dementsprechend habe ich gute vier Stunden geschlafen und ich bin halt wirklich nicht gut mit wenig Schlaf. so. Und dann bin ich nach München geflogen, um 5.30 Uhr und hatte dann den ganzen Tag über da ein Shooting, was auch richtig gestört war, einfach für die Bunte, achtseitig, bin ich jetzt in der nächsten Bunte drin. Boah, irgendwelche Interview-Anfragen, soll in Magazine, soll in Shows, es ist ganz, ganz verrückt. Ich komme da selber gar nicht drauf, glaube ich, ich checke es auch irgendwie nicht so richtig. Das ist schon crazy, aber ist ja geil. Also ich freue mich mega für dich. Es ist, ja, keine Ahnung, ich habe es selber noch nicht so realisiert. Es ist verrückt, aber es macht super viel Spaß. Also es ist total cool, weil dieses Shooting, das hat so viel Spaß gemacht. Das war so richtig artsy und geil und die Bilder, oh mein Gott, ich freue mich so sehr, wenn diese Bilder rauskommen. Ich glaube, das Magazin kommt irgendwie nächste Woche oder so schon tatsächlich. Aber ja, da habe ich halt den ganzen Tag geshootet. Du musst mir jetzt auch noch die Bunte kaufen, Julia, ja super. Ja, jetzt musst du dir auch die Bunte kaufen. Nee, aber genau, das habe ich halt den ganzen Tag gemacht und es war übelst anstrengend. Wir hatten keine Mittagspause, gar nichts. Es war wirklich durchgehend geshootet und dann noch Interview zwischendurch und danach und hier und da und es war absolut crazy. Und dann sind wir abends, also so, was heißt abends, um 17.30 Uhr sind wir dann nach Berlin geflogen. Boah. Weil ich am Sonntag, also für uns stand jetzt gestern, heute ist Montag, bei Klein gegen Groß war. Klein gegen Groß ist eine Show im, in ARD, auf ARD? Auf ARD, oder? Im Ersten. Im Ersten. Ja, sagen wir es einfach so, im Ersten, wo halt kleine Kinder gegen große, also gegen Erwachsene antreten und die kleinen Kinder sind halt in irgendwas richtig, richtig gut und im besten Fall die Erwachsenen auch und die treten dann halt gegeneinander an. Und dann guckt man, ob das Kind oder der Erwachsene gewinnt. Genau, und da sitzen dann so ein paar Promis auf der Bank quasi oder auf den, hier wie bei Wetten, das auf so einer Couch und tippen dann, ob der Erwachsene oder das Kind gewinnt so. Und am Ende kann dann halt der, der am besten getippt hat, immer was spenden so. Also eigentlich eine echt coole Show, wirklich spannend. Und da bin ich halt gegen ein sehr sportliches Mädchen angetreten und you know me, I'm not so sportlich eigentlich. Gibt es eigentlich irgendeinen Sport, den du gut kannst oder den du mal gemacht hast als Kind oder sowas? Basketball habe ich sieben Jahre lang gemacht. Also im Verein? Mhm. Echt Basketball? Ich muss jetzt überstreiten, ob ich da so richtig gut drin war. Also bei der Größe hätte ich mir was anderes gesucht, um ehrlich zu sein. Ich habe halt die Bälle geklaut, ganz ehrlich, auch die Kleinen sind wichtig beim Basketball. Ist das so? Ja. Nee, aber ja, war ein bisschen random. Wir wären mir als Kinder auf jeden Fall keine Freunde geworden. Basketball fand ich richtig scheiße. Aber generell Ballsportarten finde ich richtig kacke. Ich habe Basketball in der Schule sowas von gehasst. Wirklich. Echt? Ich habe es gelebt, weil ich da immer endlich eine gute Notebook kam. Ja, nee, aber die war halt so eine richtig krasse Klettererin. Klettererin? Klettererin, die auch so Schweizer Meisterin war und so. Also die hatte richtig krass viele Medaillen und also es war eine Schweizerin, die halt elf Jahre alt war und richtig krass einfach. Und ich dachte mir schon so, alles klar, das wird unangenehm, dachte ich mir von vornherein. Weil am Montag, das war halt auch super kurzfristig. Ich kann das jetzt gerade mal so kurz erklären, das ist eigentlich eine mega lange Story. Ich will jetzt hier nicht die ganzen Podcasts damit aufhalten. Ja, Julia, 23 Minuten erklärst du schon, ne? Ja, ich weiß. Am Montag habe ich ein Übungsgerät bekommen, weil die Aufgabe, das kann ich ja jetzt mal kurz anschneiden, ohne dass es scheiße für die Show ist, ich musste ein Plankbrückenduell gegen sie machen. Ein Weg von 20 Metern in vier Meter Höhe sollten wir mit so einer Plankbewegung immer wieder so Ja, was ist jetzt eine Plankbewegung? Jetzt musst du es aber halt auch mal erklären. Man kann das nicht so richtig erklären. Man muss halt so diese 20 Meter auf so zwei Plexiglasscheiben diese Schienen entlang robben quasi. Und das geht halt richtig krass auf die Bauchmuskel. Wie so eine Raupe? So ein bisschen, ja, würde ich sagen. Wie so eine Raupe sich, ja, eigentlich wie eine Raupenbewegung, genau. Und das halt über eine Strecke von 20 Metern und dann wollten die mir Montag dafür so ein Übungsgerät irgendwie bringen und waren dann so, ja, der ist so 20 Minuten dauert das, der erklärt dir dann halt, wie du das benutzt und dann passt es schon. Und der kam hier an mit einer sechs Meter langen Holz, mit einem sechs Meter langen Holzschienensystem, was jetzt in meinem Flur liegt, womit ich dann das üben soll. Der war im Endeffekt zwei Stunden lang da und ich habe das dann das erste Mal ausgetestet und dachte mir so, fuck, worauf habe ich mich da eingelassen? Weil das echt hardcore anstrengend war. Nach diesen sechs Metern war ich schon fertig und ich sollte 20 Meter machen, also in der Show dann. Und ich dachte aber so, ja, okay, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht im Planken und sowas, also grundsätzlich bauchmuskeltechnisch bin ich jetzt nicht so schlecht, würde ich sagen. Und dann dachte ich so, ja, ich kriege das schon hin. Aber dann sollte ich halt Samstag und ich war halt die ganze Woche krank, dementsprechend konnte ich nicht wirklich trainieren. Natürlich. Ja. Und Samstagabend musste ich dann zur Generalprobe kommen quasi. und sollte das dann das erste Mal da testen. Und ich war wirklich todmüde, ich war krank, ich konnte nicht mehr und mir war eigentlich durchgängig irgendwie ein bisschen schwindelig sogar fast schon, weil ich so müde war und hatte durchgängig Kopfschmerzen, das war wirklich ganz schlimm. Und dann sollte ich da diese 20 Meter Strecke vor Produktionsleiter, vor Sendungschef, vor Kai Pflaume, vor allen da machen, um zu testen, ob ich das überhaupt hinkriege. Hast du natürlich überhaupt nicht hingekriegt? Es war so peinlich. Ich stand da um 20 Uhr komplett gesichert auf diesem riesen Schienensystem. Ich hab 10 Meter geschafft, danach war ich am Ende. Also du warst einfach erschöpft danach? Ich konnte nicht mehr. Ja, ich war von vornherein erschöpft, aber ich habe 10 Meter geschafft und danach war ich so, sorry Leute, ich kann nicht mehr. Ich konnte es gleich. Das wird nicht mehr funktionieren. Das wird nicht mehr funktionieren. Es war wirklich, wirklich sehr peinlich und ich hab echt gedacht, okay, diese Show morgen wird das peinlichste, was ich in meiner Laufbahn bisher jemals mitgemacht habe, weil das gucken echt viele Leute. Eliassen Barek und Ralf Schmitz werden vor mir sitzen und mich dabei angucken, wie ich peinlich diese Scheiße nicht schaffe. Weißt du? Also ich hab wirklich gedacht, es wird richtig, oder es wird mein Untergang. Und dann waren die alle super verzweifelt und dachten so, kacke, wie machen wir das denn jetzt? Scheiße, die kann das nicht und ich hasse das, ein Problem zu sein. Ich hasse das so sehr. Allerdings hatte ich ein bisschen Glück, weil es anscheinend so war, dass das Mädchen, für die waren die 20 Meter wohl auch sehr krass und die hat das jetzt auch nicht so mega leicht hingekriegt wohl und deswegen hatten die sich dann wohl dazu entschieden, das auf 15 Meter zu kürzen, wofür ich sehr dankbar war, aber mir auch dachte, ich hab nicht mal 10 geschafft. Wie soll ich denn 15 hinkriegen morgen? Und im Endeffekt bin ich dann richtig niedergeschlagen ins Hotel. Ich hab wirklich abends, ich hab geheult, ich hab Matthias angerufen, war so, ich muss irgendwie, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich werde mich blamieren, es wird peinlich und ich krieg das nicht hin. Ich werde ab der Hälfte einfach sagen, ihr müsst mich hier runterlassen in dieser Show und eigentlich geht's halt bei dieser Show darum, dass beide das gut können, weißt du? Also das soll eigentlich ein faires Duell sein so und es halt, also... Du siehst halt sportlicher aus, als du bist, Julia, muss man an dieser Stelle mal zugeben. Dir wurde zu viel zu genutet. Und anscheinend sehe ich auch nicht sportlicher aus, wie ich bin, weil den Spoiler kann ich, glaube ich, schon mal geben. Keiner der vier Promis hat auf mich gewettet, sondern alle auf sie. Das ist ja auch nochmal richtig peinlich, ey. Ja, man, das war einfach unangenehm. Und dann, ja, ich werde jetzt aber nicht erzählen, wie es ausgegangen ist. Ich werde nicht von der Show und von dem Showtag erzählen, weil die Sendung kommt noch. Guckt's euch gerne an. Wann kommt es? Mit dem Wissen am 4. Februar, also jetzt nächste Woche Samstag. Krass, dann ist schon Februar. Um Gottes Willen. Ja. Wie schnell ging der Januar jetzt rum? Ja, unnormal schnell. Ja, das war auf jeden Fall mein Wochenende. Ein absolutes Wechselbad der Gefühle. Komplett am Arsch und wirklich sehr unangenehm. Aber warte mal, ging's dir dann am Sonntag wieder gesundheitlich besser? Ähm, sagen wir's so, ich hab mir vor der Show auf jeden Fall ordentlich Aspirin-Komplex reingehauen. Vor allem, ich hab dir letztens erst gesagt, dass du die Scheiße nicht machen sollst. Was? Das Aspirin-Komplex und auch dieses Gripostat-Gedöns, das ist richtig scheiße. Das ist richtig, das macht man nicht, Julia. Du verschleppst damit die Krankheit, die wird jetzt irgendwann, guck mal, wenn du jetzt als nächstes... wieder zu Hause und ruh mich aus. Ja, genau. Das war halt ein Notfall. Ja, und jetzt wird es ausbrechen und dann wird es dich doppelt und dreifach bestrafen. Und es ist nicht für deinen Körper. Weil jetzt denkst du dir so, ja, aber ich musste durchhalten und jetzt hab ich ja Zeit, um krank zu sein. Aber irgendwann kommt die Herzmuskelentzündung und dann lachst du nicht mehr und dann grinst du mich auch nicht mehr so an, wie du mich jetzt angrinst. Du wirst dich noch an meine Worte erinnern. Du hast ja recht. Man muss auch irgendwann mal, wenn der Körper einem sagt, jetzt ist hier mal Schluss, auch mal drauf hören. Ja, aber Joey, was hätte ich denn sagen sollen? Samstagabend, sorry Leute, ich bin morgen raus. Nee, da hättest du sagen müssen, hier Bunte, es tut mir leid, aber es geht jetzt nicht. Nein. Ist ja auch alles okay so, aber ich möchte, ich würde mich freuen, wenn du in der Zukunft besser auf deinen Körper hörst. Mach ich. Gut. Danke, Papa. Gut. So, bist du jetzt fertig mit deinem 20-minütigen Monolog hier? Ich bin fertig, ja. Ich bin fertig. Guckt euch Klein gegen Groß an, wird spannend, sag ich mal so. 4. Februar, um wie viel Uhr kommt es? 20.15 Uhr im Ersten. Uiuiui, sogar Primetime. Mhm. Na gut. Das ist ja das Problem. Schauen wir mal, ob ich mir das angucke. Gibt ja keine Sexszene diesmal da drin. Muss ich mal schauen, ob ich mir dafür dann auch die Zeit nehmen kann. Ja, so wie du dir die Zeit für gestern mal mir noch Kinder genommen hast und ich einfach vorgespult hast, ne? Mhm, so ist es. Mhm. Ja, Joey, wie geht's dir denn? Wollen wir doch auch mal nach einer halben Stunde dann jetzt mal fragen. Ich hab ein Fail der Woche für dich, Julia. Obwohl das auch mal gar keine, mal wieder gar keine Kategorie ist für unseren Podcast, aber es war ein richtig großer Fail und der zählt irgendwie so richtig als Ding der ganzen letzten Woche für mich. Okay. Aber ich muss dazu auch eine kleine Vorgeschichte erzählen, wo ich direkt noch ein bisschen mehr hier mich über Dinge aufregen kann, weil ich weiß nicht, ob du dir schon mal eine Couch gekauft hast oder ob ich hier vielleicht einfach ein zu großes Drama draus mache, aber ich möchte mir eine neue Couch kaufen und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie anstrengend das ist. Ne, kann ich tatsächlich nicht. Das kann ich gerade nicht so ganz mehr vollziehen. Ich komme mir auch gerade so dumm vor, so weißt du, du erzählst von einem Horrorwochenende und fünfmal geflogen an zwei Tagen gefühlt und bei x tausend Veranstaltungen bin ich so, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, eine Couch zu kaufen. Ich dachte auch gerade so, mhm, let's tausch. Ne, ja, okay, erzähl. Pass auf, ich habe mir den ganzen Tag freigenommen, um von... Für eine Couch? Ja, ich muss, weißt du, wie oft du auf einer Couch sitzt? Du brauchst ja, du brauchst ja dann wirklich, also du musst ja eine wichtige Entscheidung fürs Leben treffen. Ja, du brauchst eine gute Couch, ja. Ja, ist wichtig. Und ich hatte ein genaues Bild vor Augen aus so einem Laden in der Kölner Innenstadt. Das ist immer schlecht, wenn man so ein genaues Bild vor Augen hat von einer Couch, die man haben will oder von einem Ding, was man haben will. Weil dann willst du halt auch genau das haben und alles andere, was so ein bisschen abweicht, das akzeptierst du halt nicht. Ja, und das Problem war, ich hatte nie ein Bild von dieser einen Couch gemacht, die ich im Kopf hatte. Das heißt, ich hatte sie auch nicht mehr, ich hatte sie nur so vage im Kopf, weißt du, und ich habe jetzt auch leider kein fotografisches Gedächtnis. Ich bin aber an diesem einen Tag wirklich von Möbelhaus zu Möbelhaus gefahren und hatte mir aber auch vorher online rausgesucht, so welche Couches ich cool finde, weißt du? Und habe dann schon mal so, habe dann quasi mir schon Screenshots gemacht und wusste, wenn ich in dem Möbelhaus bin, gucke ich nach der, bla bla bla. Natürlich waren alle Couches die. Joey auf Couchjagd. Ja, ich will endlich eine neue Couch. Unsere alte ist voll gekotzt und übelst eklig und es sieht nicht mehr schön aus. Aber die Couch-Story habe ich schon mal erzählt, oder? Ja, die Couch-Story und die Blut-Story und so hast du schon erzählt. Ich habe da auch mal ein Eigelb drauf versenkt in einem Video. Da warst du auch nicht so erfreut, das weiß ich noch. Also ja, die hat es hinter sich. Und jetzt spätestens, nachdem wir einen Hund uns geholt haben, ist die Couch auch wirklich hinfällig. Aber. Das glaube ich. Ich bin natürlich in die Läden gefahren und habe gedacht, ich gucke mir jetzt die Couches an, die ich mir online rausgesucht habe. Rate mal, welche Couches es genau nicht in diesen Läden gab, die ich mir rausgesucht habe. Ja, obviously. Aber hast du vorher nicht geschaut? Kann man das nicht online nachgucken, ob es die im Geschäft gibt oder nicht? Das hast du halt nicht gemacht. Danach habe ich gesehen, dass man das schauen kann. Das wusste ich nicht. Genau. Wie unfreundlich Mitarbeiter in Möbelhäusern sind. Die haben ja gar keinen Bock mit dir zu reden. Die hassen ihren Job ja so richtig. Also es war ganz, ganz schlimm. Vor allem, ich war gefühlt der einzige Kunden in zwei Geschäften und trotzdem wurde ich so abgefrühstückt. So von wegen, ja, ja, gucken Sie mal da drüben. Der hat sich nicht mal aufgestanden, um mir irgendwie den Weg mit der Hand zu zeigen oder sowas. Also wirklich. Da wurde ich behandelt wie ein Häufchen Scheiße. Dann warst du aber nicht bei Ikea, oder? Die sind immer sehr nett. Nee, bei Ikea war ich nicht. Doch, ich war, also ich war dann zum Schluss auch noch bei Ikea. Aber, was ich auch richtig lustig fand, ich glaube beim dritten Einrichtungshaus habe ich einen gefragt, hier, ich suche so eine Art von Couch. Dann hat er mir die gezeigt und ist wieder gegangen so. Der war auch relativ nett. Und dann habe ich halt irgendwie, keine Ahnung, zehn Minuten lang geguckt, ist die überhaupt bequem, bla, bla, bla. Und dachte mir dann so, komm, du lässt dir jetzt mal erklären in dieser Ausführung, wie viel die kosten würde, ne? Und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen und dann war da eine andere so in der Nähe und dann habe ich halt eine Mitarbeiterin gefragt, die seine Kollegin war. Und dann habe ich mich mit ihr hingesetzt und habe gesagt, hier, ich möchte genau die und die Couch haben. Wie viel würde die kosten? Und in dem Moment kriegt sie einen Anruf auf ihr Diensttelefon, ne? Oh, ja. Und dann geht sie dran und ich höre richtig, wie jemand sie anschreit. So richtig aggressiv. Und dann nimmt sie ihr Handy so an die Brust, so damit derjenige nicht hören kann und sagt so zu mir, waren Sie schon bei jemand anderem? Ich so, ja. Also ich war vor 15 Minuten bei einem Kollegen von Ihnen. Um Gottes Willen, ja, okay. Und dann hat die irgendwie versucht, ihn zu besänftigen und dann hat echt dieser Typ, den ich einfach nur nach einer bestimmten Couch gefragt habe wo der mich dahin geführt hat, hat bei ihr angerufen und sie angeschrien, warum sie jetzt seinen Kunden quasi am Tisch hat und ihn berät. Das ist so richtig ausgerastet. What the fuck? Also ganz komischer Schlagmensch, die da im Möbelhaus arbeiten. Naja gut, also es kann natürlich sein, dass die irgendwie Provisionen bekommen oder Ja, höchstwahrscheinlich. Irgendwie irgendwas, das damit zu tun hat, wie vielen Leuten die Sachen verkaufen. Aber hä? Das kann ja doch, also woher soll sie das denn jetzt wissen? Ja, außerdem ist er jetzt auch nicht großartig in Vorleistung gegangen, indem er mich zu einer Couch geführt hat und dann wieder gegangen ist. Also sorry, aber für diese 10 Meter, die du da läufst und mich irgendwo hinbringst, also braucht er jetzt keine Provision schon erwarten. So, wenn er nicht da ist, wenn ich ihn brauche, ja, Pech gehabt. Ja, eben, das stimmt natürlich, da hat er eigentlich sich selbst ins Knie geschossen, aber also dann, gut, es scheint ja nicht so gute Stimmung in dem Möbelhaus zu sein unter den Mitarbeitern. Ganz schöner Konkurrenzkampf. Allerdings. Auf jeden Fall war ich dann irgendwann im fünften Laden und das war auch dieser Laden, wo ich ursprünglich gekauft habe. Nee, 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 warte mal, du musst mir jetzt schon mal erklären, also wie ging das denn aus? Hat sie dann gesagt, ja, okay, sorry, dann müssen sie jetzt gehen? Nee, sie hat mich dann weiterberaten. Aber sie hat so schon mal mir so versucht zu erklären, ja, sorry, du kannst die jetzt hier nicht kaufen, ich kann dir jetzt den Preis nennen, aber da muss ich nochmal mit ihm drüber reden, wer die jetzt verkaufen darf. Aber ich meinte halt dann eh zu ihr, ja, muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich hätte da jetzt eh nicht die Couch gekauft. Ich fand die ja nicht geil. Ich fand sie nur okay. Ach so. Im fünften Laden habe ich dann meine... Das ist so gestört, dass du wirklich in fünf Läden... Ja, okay. Ja, weißt du, was so schlimm daran ist? Diese ganzen Einrichtungshäuser, die sind ja auch immer am Rande der Stadt. So, und die... Dann habe ich ja wirklich so ein System entwickelt, wie ich von einem zum anderen komme, aber trotzdem fährst du ja immer übelst lang. Dafür, dass du zehn Minuten in diesem Scheißladen bist und dann merkst, ja, alles unbequem, kann ich wieder gehen. Scheiße. Und im fünften Laden, habe ich dann meine Traumcouch gefunden und lustigerweise war es genau der Laden, wo ich damals die gesehen hatte, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte und wo ich einfach nicht wusste, dass das eine Couch ist, die man dort kaufen kann. Ich dachte, das wäre einfach nur eine für Besucher Couch zum Chillen. Oh, Joey. Du bist so eine Holenus, wirklich. Du bist als letztes in den Laden gegangen, wo du die Couch gefunden hast oder gesehen hast, die du toll fandest, als letztes. Ja, das war richtig schlimm. Weil ich halt auch so wirklich dachte, ja, da gibt es sie ja nicht. Und ich dachte mir so, ja, was brauche ich da hin jetzt fahren, wenn ich weiß, dass es die Couch nicht zu kaufen gibt. Ich wollte eigentlich nur noch mal hinfahren zum Schluss, um ein Foto davon zu machen, um besser zu wissen, wie ich jetzt weiter vorgehen kann. Und dann steht da einfach so. Ach so, sah das aus, sah das aus wie so ein kleiner Laden, wo halt irgendwie so eine Besuchercouch einfach steht und nicht wie ein Möbelgeschäft. Das war kein Möbel, das war so ein Innenstadtladen, so ein Dekoladen. Ach so, ja, ja, doch, die kenne ich, die kenne ich in Köln. Diese Läden, wo, ja, in der Ehrenstraße, weißt du? Das ist halt auch so eine Einkaufsstraße, aber so in klein. Da sind nur so kleine Läden und ich hätte niemals gedacht, dass man in so einem Laden in der Innenstadt eine Couch kaufen kann. Mhm. Aber hast du auch nicht mal irgendwie geguckt, ob da ein Preisschild drin ist? Nee, du hattest ja kein Foto, stimmt. Ja, hatte ich kein Foto. Okay, dann verzeih ich dir. Stand vor meiner Traumcouch, auf einmal liegt da ein Schild aus, von wegen, kannst du kaufen? Und dann war ich wirklich den ganzen Tag schon unterwegs. Auf jeden Fall, mein Fail der Woche, das war jetzt die Vorgeschichte. Ach, das war erst die Vorgeschichte? Mein Fail der Woche war, dass ich dann mitbekommen habe, dass die Couch ganz schön groß ist und dass die wahrscheinlich gar nicht in unser Wohnzimmer passt. Und dann habe ich jetzt mit Wolfgang, der am Wochenende natürlich nur da ist, dann so die ganze Zeit versucht, in unserem Wohnzimmer alles hin und her zu schieben, so von wegen, klappt das? Und dann sind wir die ganze Zeit mit dem Schollstock hin und her gerannt und irgendwann war es dann eine halbe Stunde, bevor der Laden offiziell am Samstag geschlossen hat. Und wir so, ja scheiße, okay, wir haben jetzt hier was, was passen könnte, aber wir müssen jetzt noch einmal gucken, ob das passt. Wir müssen da jetzt nochmal in diesen Laden rein. Am Telefon alles. Oder nee, samstags, das heißt, er war da. Ja, er war da, genau. Okay. So, und wir so, okay, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, wir müssen es jetzt schaffen, nochmal ganz kurz in diesen Laden zu gehen, um uns da nochmal draufzusetzen und zu wissen, ist das unsere Couch oder nicht? Und dann haben wir so. Das ist so oberkompliziert. Vor allen Dingen, warum habt ihr denn nicht vorher ausgemessen, was in euer Wohnzimmer passt? Ja, weil wir nicht dachten, dass die scheiß Couch nicht reinpassen konnte. Die sah halt in dem Laden viel kleiner aus, als sie eigentlich ist. Okay. Ja, und wir gucken uns so an, so, schaffen wir das jetzt in einer halben Stunde oder nicht? So, und dann haben wir gesagt, komm, wir holen jetzt ganz schnell unsere Jacken und fahren direkt los. Poppy eingeladen und sind losgefahren. Und wirklich, Julia, es war so lächerlich. ein Kilometer vorm Parkplatz quasi, ein Kilometer vor diesem Laden, passiert gerade auf der Kreuzung ein Unfall und die Polizei sperrt genau die Straße ab, wo wir langfahren wollten. Wirklich, wir waren kurz davor und dann war der Laden zu. Und dann konnten wir uns nicht diese scheiß Couch angucken und jetzt ist Wolfgang halt wieder weg. Ist jetzt schon wieder auf Weiterbildung, ne? Ja, dann hoffe ich mal, dass in der Zwischenzeit kein anderer diese Couch toll findet und die kauft, weil in so einem kleinen Laden, weißt du ja auch nicht, wie oft die die dann da haben, ne? Eben. Ja, aber im Endeffekt werden... Aber kannst du die nicht irgendwie reservieren oder so? Ja, ich muss sagen, also... Muss Wolfgang die vorher sehen? Ja, das ist es halt. Ich bin doch, ich kann doch keine Entscheidung alleine treffen, Julia. Hast du ein Bild von der Couch? Ich will die sehen. Ja, ich schick dir ein Bild. Schick mal jetzt. Nein, Julia, ich schick dir jetzt nicht ein Bild. Nein. Doch, schick mir, schick mir. Das ist gut. So, und an diesem Tag... Ach, du bist so nervig. An diesem Tag, und da muss ich mich jetzt wirklich mal drüber aufregen. Muss ich jetzt wirklich bis zum Ende der Folge warten, bis ich weiß, wie die Couch da aussieht? Ja, musst du. Das Ding ist, wenn ich dir jetzt zeige, dann wollen andere die auch kaufen und dann bin ich nicht meine Einzige mit dieser coolen Couch. Das geht ja nicht. Ich bin so einer. Ne, pass auf. Ich bin dann wirklich an diesem Tag, wo ich den ganzen Tag unterwegs war für diese fucking Couch und wo ich mir dachte, was machst du hier mit deinem Leben? Wollte ich nach Hause fahren und da ist so eine zweispurige Straße, die irgendwann zu einer Spur wird. Quasi, du musst über Reißverschluss verfahren, musst du dich quasi einordnen. Und ich hasse diese Menschen, die zu dumm sind, das Reißverschlussverfahren richtig anzuwenden. Da könnte ich ausrasten. Ja. Die so vorher da reinfahren. Ja, die schon irgendwie 500 Meter vorher dann in diese Spur rein wollen, anstatt einfach vorzufahren. Und dann auch noch denken, das ist nett. So, weißt du? Ja, weil die Angst haben, dass niemand sie reinlässt am Ende. Aber im schlimmsten Fall stehst du dann halt kurz da, wenn wirklich da irgendein Assi ist, der dich nicht reinlässt. Aber es lässt dich ja immer jemand rein. Und ich verstehe nicht, warum Leute es nicht verstehen, dass du einfach bis ganz nach vorne fahren kannst, bis diese Spur quasi sich schließt und dann blinkst und dann lässt sich der Nächste rein. Ja, vor allen Dingen sollst, nicht nur kannst, sollst. Ja, genau. Das ist ja immer so, dass man denkt, oh, voll assi, wenn ich jetzt hier auf der rechten Spur vorfahre und die anderen warten da alle. Aber es ist ja nun mal einfach die Regelung, die du in der Fahrschule so gelernt hast und das musst du so machen. Ja. Ja. Und pass auf, ich habe das genauso gemacht. Ich bin bis ganz nach vorne gefahren, bis diese zweite Spur quasi sich geschlossen hat und dann kommt ja dann auf dieser Spur meistens noch so eine weiße Markierung so von wegen, hier ist jetzt Ende. So, du musst jetzt rein, ne? Ja. Und dann gucke ich so rüber und die Leute gucken mich so richtig böse an und fahren extra noch ein Stück vor, um mir zu symbolisieren, nö, ich lasse dich nicht rein. Ich will jetzt hier. Hä? Boah, ey. Ja. Könnte ich einschlagen. Richtig schlimm. So und dann. Was ist das denn? Und dann gucke ich den nächsten an und er fährt auch extra noch so ein Stück vor. So, die haben alle gecheckt, ich muss rein. Und dann dachte ich mir so, ihr blöden Assis und bin dann noch weiter nach vorne gefahren auf diese weiße Markierung und guckt dann diese Jetzt gibt's Beef. Ja, und guckt dann so eine Frau an, die noch weiter vorne stand und die stand sogar noch so, also die war eigentlich noch mal vor mir und die hat's dann gecheckt und war halt nett oder ganz normal halt und hat dann extra gewartet und dann haben alle, die hinter ihr waren, die mich nicht reinlassen wollten, mussten warten, dass ich vor sie fahren kann. Und ich dachte so, yes, du bist meine Rettung. Richtig die geile Alte einfach. Das find ich super. Nice. Ja, das ist cool. Ich hab hier so richtig Luftküsse gegeben. Die ganzen Assis. Boah, das war so eine Genugtuung, Julia. Ich hoffe, man hat das jetzt verstanden, aber ich glaub schon, ne? Ja, hat man. Also wenn ich's verstanden hab, dann haben's auch alle anderen verstanden. Okay, sehr gut. Ja, aber ganz ehrlich, man muss schon ein bisschen anscheinend IQ haben, um zu verstehen, wie das Reißverschlussverfahren funktioniert, weil die meisten können's ja anscheinend nicht. Ja, ich weiß halt, also ich versteh's nicht, wie man das nicht können kann. Also im Endeffekt werden wahrscheinlich alle das verstehen, aber ich glaube, das Ding ist, was alle nicht verstehen ist, dass es halt ne Regel ist und kein freiwilliges Ding. Ja. Also das musst du halt machen und nicht, ja, nee, jetzt hab ich keinen Bock, die reinzulassen. Hä? Wo ist der Sinn? Ja. Ich versteh's nicht. Nee. Es würde ja auch viel schneller gehen, wenn's alle so machen würden, dass sie wirklich bis ganz nach vorne fahren. Aber nee, dann bleiben da welche irgendwie, obwohl da die Spur noch 500 Meter geht, bleiben sie dann stehen und blinken rein. Und dann lässt natürlich niemand sie rein, weil da musst du auch niemanden reinlassen. Sondern erst da vorne, wo die Spur zu Ende ist. Oh, könnte ich ausrasten, Julia. Oh, da krieg ich Kopfschmerzen, wenn ich allein drüber nachdenke. Ey, aber generell, so viel im Straßenverkehr. Wir könnten, glaube ich, eine komplette Folge darüber machen, über Dinge, die keinen Sinn machen im Straßenverkehr. Mhm, auf jeden Fall. Dumme Leute und auch so, auch so Leute, die dann irgendwie auf der linken Spur mit 100 fahren und dich dann aber nicht vorlassen wollen, sondern die ganze Zeit penetranter bleiben damit du nicht schneller fahren kannst, obwohl da unbegrenzt ist, wo man sich so denkt, das macht doch gerade keinen Sinn, die Schlange hinter dir ist so extrem lang und du tuckerst da vorne lang. Boah, aber ich bin... Du bist langsamer. Ich bin auch manchmal so einer. Aber absichtlich? Nee, weil ich es nicht checke, dass jemand hinter mir ist. das ist was anderes. Das kann ja mal passieren, aber es gibt halt genug Leute, die wirklich sagen, ne, ich lasse dich jetzt hier nicht durch, weil ich will nicht, dass du so schnell fährst. Aber meinst du, das macht jemand absichtlich? Tatsächlich will ich jetzt hier niemanden exposen, aber ich kenne jemanden, den du auch sehr gut kennst, der sogar mal vor mir eine Diskussion hatte mit jemand anderem, der sich über genau das beschwert hat, was ich gesagt habe, der so jemand ist, der manchmal wirklich aus Prinzip Leute ausbremst, weil er sagt, nö, will ich, dass du schneller fährst? Hä, das ist ja voll gemeint, dass du jetzt sagst, ich kenne den, aber jetzt willst du keinen Namen nennen, jetzt sag's halt. Ich sag's dir später, so wie du mir deine Couchbilder später zeigst. Boah, du blöde Kuh, aber die Leute wollen es doch auch wissen, wer das ist. Nein, 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 das kann ich nicht sagen, Joey, das kann ich nicht sagen. Der steht ja anscheinend dazu, oder sie. Ich weiß nicht, ob der oder er oder sie da jetzt auch öffentlich zu stehen würde. Ja, okay, okay, okay. Ja, deswegen, das erzähle ich jetzt nicht, wer das ist. Aber ich kenne auch so jemanden und da war ich auch sehr fasziniert. Ja, aber manchmal auf der Autobahn bin ich so irgendwie in Gedanken dann, also ich gucke natürlich nach vorne, aber ich gucke dann halt, also ich check manchmal einfach nicht, dass jemand hinter mir ist. Und dann denke ich so, oh scheiße, ich fahre so langsam. Manchmal wie auch so eine Oma, dass ich dann auf der mittleren Spur bleibe, obwohl ich schon längst wieder ganz rüber könnte, so wenn ich vor mir hertuckere. Ja, sowas regt mich auch so sehr auf, aber ich mache es auch manchmal, weil ich es halt vergesse so. Also, ich bin jetzt auch nicht böse darüber, wenn jemandem das passiert, weil mir passiert es ja auch manchmal. Aber manche sind halt auch so, dass sie das so absichtlich machen, weil sie sich denken, nee, ich mag das nicht, wenn du schnell fährst. Du bist auch so eine aggressive Autofahrerin, ne? Nein, bin ich nicht. Nee, du bist doch so eine sehr, sehr selbstbewusste Autofahrerin, oder? Ja, selbstbewusst ja auch anders als aggressiv. Ja, ja, aber du weißt doch, was ich meine. So ein bisschen, so sehr, so von wegen, wenn dich da was abfuckt, dann machst du auch mal schnell die Lichthupe oder hupst da ja rum, von wegen, hau mal jetzt hier ab. Ich bin so... Nee, also hupen und sowas tue ich nicht. Lichthupe würde ich schon, die würde ich schon betätigen, tatsächlich. Aber so ein Hup-Mensch bist du nicht. Huper bin ich... Nee, meistens, wenn mich irgendjemand aufregt und irgendwas falsch macht oder so, da bin ich so mit Aufregen beschäftigt, da vergesse ich, dass ich ja hupen wollte oder so. Aber ja, ich bin, ich reg mich schon schnell über Idioten Autofahrer auf, das stimmt, ja. Ich bin zum Beispiel gar kein Huper. Ich würde niemals auf die Idee kommen, zu hupen. Ich weiß nicht, warum, aber... Ich hupe auch nicht, aber manchmal war ich auch einfach zu tippen. dumm bin. Ich musste nur letztens hupen, weil jemand rückwärts fahren wollte, um jemanden aus so einer Einfahrt rauszulassen und einfach nicht nach hinten geguckt hat, der wäre fast reingefahren. Joey. Da habe ich auch gehupt, du. Soll ich dir mal was erzählen? Ich hatte zweimal in meinem Leben Autounfälle und zweimal in meinem Leben war es exakt aus dem gleichen Grund. und zwar, weil jemand einfach nach hinten gefahren ist und ich nicht weiter nach hinten oder nach vorne fahren konnte, der weder mein 12.000 Mal Hupen gehört hat, noch nach hinten geschaut hat und dann einfach in mich reingefahren ist. Vor allen Dingen so richtig langsam. Das hatte ich zweimal innerhalb von... Kein Scheiß. Innerhalb von einem Monat. Ich hatte mein Auto gerade wieder und dann kommt die nächste Kackperson, die das gleiche macht. Krass, ey. Einmal in einem Parkhaus und einmal war das an einer Kreuzung, wo ich an der Ampel stand und einer aus einer Einfahrt rauswollte rückwärts. Ja, ja, genau. So was war es bei mir jetzt auch. Ja, und beide Male haben die meinen Hupen nicht gehört und sind einfach volle Kanonen in mich reingedonnert. Ich so dachte, was zur Hölle? Vor allem, was geht auch in den Köpfen drin vor? Ja, nichts. Ich finde, wir haben uns gerade so... Das war jetzt gerade so richtig, dieser Macho-Talk irgendwie. Ich finde, wenn man sich über Leute aufregt, die nicht Autofahren können, in Anführungsstrichen, dann komme ich mir auch direkt vor wie so ein Macho. Ja, ich weiß, aber manche Sachen... Sorry, aber wenn du rückwärts aus einer Einfahrt fährst, wenn du weißt, da ist eine Hauptstraße hinter dir, du wohnst da und die hat ganz oft eine rote Ampel, wo viele Autos stehen, dann guckst du mal nach hinten, würde ich sagen. Ja. Aber gut, der Typ war sowieso ein bisschen schwindelig. Schwindelig? Ich glaube, der war noch alkohol... Ja, der war ein bisschen weird so. Der war, glaube ich, noch so ein bisschen alkoholisiert vom Vorabend, habe ich das Gefühl gehabt. Es war sechs Uhr morgens oder so. Ich musste meinen Zug erwischen, den habe ich natürlich verpasst. Und der war halt dann auch so, ja, ist nicht so schlimm, mein Auto hat schon 140.000 auf dem Buckel, deswegen, also passt schon. Und ich war so, ja, meins aber nicht, in das du gerade reingefahren bist. Er war wirklich so, ja, wir müssen nicht die Polizei rufen, alles cool so. Ich war so, hä? Junge, du bist in mein Auto reingefahren. Geil, ey. Schön, dass es dich nicht juckt, dass bei dir jetzt eine Beule drin ist. Also, entschuldige mal. Aber war der eins so richtig kaputt dann? Also war bei dir echt eine Beule drin? Die war verschoben. Ich musste mein Auto wieder drei Wochen in die Werkstatt geben. Scheiße. Aber hat er es dann auch bezahlt? Ja, ich habe halt die Polizei geholt und dann seine Versicherung eben logischerweise. Ja, okay. Und beim anderen Mal war das auch so, das Mal davor, da hatte ich so ein, ich will jetzt nicht zu Vorurteils-Klischee-mäßig sein, aber da kam halt jemand aus dem 3er-BMW, der auch vom Klischee her aus so einem 3er-BMW rauskommt, weißt du? Ja, ja, ja. Der da in mich reingefahren ist und der war dann auch noch so, hey, chill, kein Problem, ich habe einen Onkel, der hat eine Autowerkstatt, der macht dir das wieder, brauchen wir jetzt keine Polizei und ich war so, nein. Ja, das ist auch so eine richtige Macho-Aussage, ne? Ja. Wirklich, das war exakt, das war wirklich beide Male, da habe ich wirklich mir den Mund offen gehabt und dachte so, alles klar. Okay. Und ich war halt so 18 oder 19 und bin überhaupt froh, dass ich mich da nicht drauf eingelassen habe, so, ne? Weil da bist du ja auch eigentlich noch voll unsicher. Du so, nein, ich möchte das hier professionell haben, ich rufe jetzt die Polizei. Ja. Hast du gesagt? Ja, habe ich schon. Ja, ich habe erst meinen Papa angerufen, meine Male. Aber da habe ich die Polizei gerufen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn, also mir ist wirklich seit Jahren, hatte ich keinen Autounfall mehr, es ist mir schon echt Ewigkeit nicht mehr passiert, aber ich glaube, wenn mir das jetzt passieren würde, würde ich auch meinen Vater anrufen. Ich weiß nicht, das ist so eine Situation, da rufst du deinen Papa an. Ja, voll. Das eine Mal ist mein Papa auch gekommen, dann, also mit dem älteren Herrn, der meinte, ja, mein Auto hat eh schon 140.000 auf dem Buckel. Da ist er sogar dann dahin gekommen. Hat sich mit ihm angelegt, mit dem Alki. Ja, das war halt so ein, so ein sehr älterer, so ein älterer Typ, wo man auch normalerweise meinen würde, du bist eigentlich auch schon zu alt, um Auto zu fahren, so. Der war so ein bisschen verwirrt und der hat auch so ein bisschen noch nach, weiß ich nicht, nach Alkohol gerochen. Ja, wirklich. Ja, kein Witz. Scheiße, okay. Das war so ein bisschen, hm. Das ist nicht gut. Hm, ja. Ja, naja. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ja, wegen dieses Autounfall. Nee, warte mal, wegen was? Ah, nee, wegen Aufreger, wegen Reißverschlussverfahren. Ich wollte mich eigentlich gar nicht so intensiv darüber aufregen. War das überhaupt dein, dein Fail der Woche oder war der Fail der Woche das mit der Couch? Oder kommt der noch? Nein, der Fail der Woche war doch, dass dieser Unfall kurz vorm Laden passiert ist, weswegen wir dann nicht mehr es geschafft haben, vor Ladenschluss uns die Couch anzugucken. Und das mit dem Reißverschlussverfahren war jetzt einfach random. Dachte sie so, erzählst du mal. Also es ist übrigens gerade Montag, kurz nach 14 Uhr und Julia, nach dieser Podcastaufnahme renne ich in diesen Laden und hoffe, dass diese Couch noch da ist und werde die dann kaufen. Und ich muss jetzt allein entscheiden, ob die gut für uns ist, weil Wolfgang hat sie ja jetzt nie gesehen. Weißt du? Der hat noch nie drauf gesessen. Aber wenn du dich darauf, also wenn du sagst, die ist bequem, dann wird er das bestimmt auch denken. Höchstwahrscheinlich. Und wenn nicht, hat er halt Pech gehabt. Soll er sich eine eigene Couch kaufen? Ja, aber das Ding ist irgendwann, wenn du so lange überlegst, ist die Couch gut oder nicht, dann machst du irgendwann so ein richtiges Ding da draus. Das ist jetzt für mich so was wie, Ja, du sowieso. Soll ich den Job annehmen, der mein Leben verändert? So ist das, dieses Niveau hat jetzt gerade dieses Couch-Thema für mich erreicht. Ja, das wundert mich gar nicht. Ach ja. So, Julia, ich habe ein paar knackige Fragen für dich. Ja, erzähl. Ach nee, vorher, ganz kurz vorher, müssen wir noch ein kleines Follow-up dazwischen schieben, denn meine Fresse haben wir eine Diskussion ausgelöst mit diesem scheiß Waschtaschen-Thema. Ey, das ist so unglaublich. Stimmt, 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 stimmt. Da haben wir noch ein, ja. Ja, haben wir noch was zu sagen dazu. Soll ich dir erstmal sagen, wie diese Abstimmung gelaufen ist? Welche Begriffe man, oder die meisten Leute benutzen für dieses Behältnis? Hol die Leute nochmal ab, solange wie ich dieses Ding da raussuchen muss, weil das habe ich vergessen. Also, die Diskussion war, was man zu einer, Ja, okay. Ja, sag trotzdem, sorry. Naja, die Diskussion war einfach nur, was ihr zu einer, zu einem Kulturbeutel, Kosmetiktasche, was auch immer sagt, welchen Begriff ihr benutzt. Wenn eure Kosmetikartikel drin sind, genau. Genau. So, und wir hatten zur Auswahl Kulturbeutel oder Kulturtasche, Waschtasche, Kosmetiktasche und Beautybag. Und mit großer Mehrheit, und zwar 65 Prozent, hat, wie wir uns das schon gedacht haben, der Kulturbeutel gewonnen. Mhm. Aber, Ja, und, Waschtasche war zweiter Platz. Und du hast mir noch ausgelacht letzte Woche wegen Waschtasche. Ja, ich lache euch auch alle weiterhin aus. Ist mir scheißegal. Aber was ich richtig krass fand, war, und das, deswegen will ich den Follow-up machen, es kamen noch ungefähr 5000 DMs mit komplett anderen Begriffen, die ich noch nie gehört hatte vorher, die andere Leute benutzen. Und ich glaube, hätte ich diese Begriffe mit reingemacht, würde diese, oder wäre diese Umfrage nochmal ganz anders ausgefallen. Denn extrem viele Leute nennen das Ding, und jetzt pass genau auf, Julia, Nessessère. Hast du das schon mal gehört? Oh, das ist ja mega peinlich. Nessessère? Das klingt irgendwie wie so ein, Nessessère. Das klingt wie so ein Nest von einem Insekt. So würdest du ja nicht meinen Kulturbeutel nennen. Nessessère klingt für mich wie so ein, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein spießiger Schreibtisch oder so. Weißt du, wie diese, also gut, weil es klingt wie Sekretär, keine Ahnung. Aber so, das ist ja so ein französisches Wort und jeder, der dann auch wirklich das französische Wort dafür benutzt, obwohl es was ganz normales, Deutsches dafür gibt, der ist für mich einfach peinlich. Nessessère klingt so, als wäre da eine Nagelfeile drin, die mindestens 100 Euro gekostet hat, oder? Ja, ja, wirklich. Ja, 100 Prozent. Ja, aber angeblich sagt man in der Schweiz halt wirklich, jeder sagt da anscheinend Nessessère dazu, weil das halt auch so eine größere Verbindung zu Frankreich hat. Da haben wir wieder die Schweizer. Ja, es ist ein französisches Wort. Ich gebe mich hier viel zu doll aufs Schweiz-Shaming, tut mir leid. Ja, aber Schweiz ist halt auch einfach für ein Arschöher, können wir auch einfach mal sagen. Nein, nur die Schweizer Sprache. Nee, weißt du was, ich habe einen Hass auf die Schweiz, seitdem ich da einmal durchgefahren bin und ich auf einmal eine 100-Euro-Handy-Rechnung hatte, weil Schweiz nicht EU ist. Das ist doch scheiße. Ja, dann bist du aber auch selber schuld. Ja, genau, weil ich da dran denke, dass Schweiz das einzige Land in Europa ist, wo ich mein scheiß Datenroaming ausmachen muss. Da denke ich doch nicht dran. In London jetzt auch. Ist es jetzt so? Als ich letztens in London war, ging es noch. Echt? Ja, ich habe das extra gegoogelt. Die haben das irgendwie für England nicht umgestellt. Naja, na gut, dann doofe Schweiz. Weißt du was, das Lustige ist, auf dieser Reise, wo ich damals durch die Schweiz gefahren bin, war ich unter anderem auf der gleichen Reise auch in Monaco und das ist ja auch nicht EU und das ist mir wieder passiert. Und wir sind wirklich nur so eine halbe Stunde durch Monaco gefahren, um mal sagen zu können, man ist durch Monaco gefahren, weißt du, und genau da vergesse ich es wieder und habe nochmal meine Rechnung. dann hast du es auch verdient. Ja, richtig schlimm. Ach du Scheiße. Ja, okay, auf jeden Fall. Finde ich komisch. Andere Begriffe neben Necessaire sind auch noch Wäschebeutel. Wäschebeutel klingt auch ganz weird. Nee, Wäschebeutel ist genau das, was ich bei dir dachte, Waschtasche würde ich sagen, dass das die dreckige Wäsche ist. Also der Beutel mit dreckiger Wäsche, die du auf der Reise irgendwie noch jetzt so sammelst. Ja, aber Wäschebeutel klingt noch mehr nach, weißt du nach was das klingt? Wäschebeutel klingt jetzt zu 100% so. Das klingt nach diesem, man hat einen Stock und hinten drauf ist so ein Tuch und in dem Tuch ist dreckige Wäsche drin, so reingespannt. Ja. Ja, voll. So, und der letzte Begriff, der extrem häufig gefallen ist, ist Toiletttasche. Hast du das schon mal gehört? Toiletttasche. Nee, wollte ich auch nicht. Weil was hat das jetzt schon wieder mit der Toilette zu tun? Naja, ja an sich, was hat Parfüm ohne Toilette, was hat das damit zu tun? Das ist glaube ich auch so ein Begriff für Waschzeug so. Aber es ist halt auch wieder so ein 100 Euro Nagelscheren-Ding. Da sind halt auch dann nur so die peinlichen Louis Vuitton Parfüms, nee, nicht Parfüms, sondern so die Louis Vuitton Bodylotions und so sind da dann halt so drin. Gibt es Bodylotions von Louis Vuitton? Ja, es gibt auch, es gibt Seife, also wirklich Handseife von Dior, die über 50 Euro kostet. Natürlich. Also why? Wirklich jetzt wahnsinnig. Es gibt auch so Badeschlafen von so Haute-Couture-Dingern, wo du dann auch so 100 Euro für deine Letten zahlst. Die Orletten. 100? Ja, oder 500, was weiß ich. Ich glaube eher 500. Ja, aber ich meine, das ist wenigstens was, was du dann halt noch behältst, so, oder was lange hält, aber eine Handseife für 50 Euro? Ja, weiß ich jetzt nicht. Naja. Naja, aber ey, wenn wir jetzt schon einmal bei Toiletten sind, das passt super zur ersten knackigen Frage. Nee, ich habe noch eine Sache, ich habe noch eine Sache, die wir wirklich erzählen müssen und zwar hat uns Melina, Shoutout an Melina an dieser Stelle. An unsere Melina? Doch wirklich sogar, ja, an unsere Melina, an unsere Podcast-Cut-Melina, die, also Melina, die jeder von dir kennt halt, Melina halt. Melina, ja. Die hat uns nach der letzten Folge sogar wirklich noch gesagt, warum es denn Kulturbeutel genannt wird, weil wir waren ja so, hä, was hat das denn mit Kultur zu tun? Ja. Das wäre total bescheuert, dass man es Kulturbeutel nennt. Ja, im Endeffekt nennt man es Kulturbeutel, weil Kultur ist Latein für Pflege und ja, Kultura. Nicht Kultura. Kultura mit C ist Lateinisch und bedeutet Pflege und deswegen heißt es quasi Pflegetasche. Ja. Aber. Das macht natürlich jetzt auf einmal ganz viel Sinn. Ja, aber warum nennt man es da nicht Pflegetasche? Sorry, aber dann kann man es ja auch einfach deutsch nennen. Oh ja, aber da kannst du mit allen Wörtern jetzt damit so ankommen. Aber das macht ja dann wenigstens irgendwie Sinn, aber dann verstehe ich wieder nicht, warum Kultur irgendwie Pflege heißt, aber was hat dann Pflege mit Mayas zu tun? Ja, aber das ist ja wieder eine andere Kultur. Es ist ein anderes Kultur. Ja, ich weiß, aber so, hä, warum heißt das denn echt? Dann verstehe ich das wieder. Weil du so mit Mayas, als ob das jetzt die einzige Kultur ist. Kultur ist ja so ein Überblick, aber ich könnte jetzt Kultur auch nicht definieren. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt das Thema und wir kommen wieder zurück zur Toilette, denn ich möchte gerne wissen, Julia, als erste knackige Frage, muss ich jetzt hier wieder irgendwas exposen, was ich auf dem Klo mache? Julia, ganz ehrlich, du hast schon expost, dass du deine Kackwürste auffängst mit der Hand. Du hast schon alles gesagt. Ich möchte gerne wissen, was ist deine Meinung zu feuchten Toilettenpapier? Beziehungsweise hast du überhaupt eine? Also, oh Gott, das wird jetzt wieder unangenehm. Hä, warum? Feuchtes Toilettenpapier ist jetzt an sich keine große Sache. Nee, aber ich habe nie feuchtes Toilettenpapier benutzt, weil ich immer ein Bidet, mein Gott, weil ich immer, weil ich immer ein Bidet hatte, okay? Bei deinen Eltern meinst du? Nee, auch in meiner alten Wohnung hatte ich immer ein Bidet. Ich war wirklich so, mein Papa hat das Badezimmer neu gemacht und ich war, ich habe wirklich gesagt, es ist mir alles scheißegal, Hauptsache da kommt ein Bidet rein, weil ein Bidet ist wirklich einfach das Praktischste, was es auf diesem Planeten gibt und ich misse jetzt nichts mehr als ein Bidet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du bist aber nur dadurch, dass du als Kind mit Bidet aufgewachsen bist, oder? Also deine Eltern haben auch eins. Ja, ja, meine Eltern haben eins, meine Oma hat eins und das ist einfach geil. Also das ist erstens für nach dem Klogang teilweise ganz gut. Ja, erstmal müssen wir erklären, weil viele Leute wissen glaube ich nicht, was ein Bidet ist. Also es wird nicht B und D geschrieben, also nicht diese beiden Buchstaben, sondern es wird B-I-D-E-T geschrieben. Ich hasse nämlich Leute, die B-D sagen, weil sie nicht wissen, dass es B-D heißt. habe ich meine ganze Kindheit gemacht. Irgendwann habe ich dann gecheckt, dass es nicht B-D heißt. Ja, ich auch. Seitdem ist es mir so fein. Deswegen berichtige ich jetzt alle. Nee, aber es ist quasi ein Waschbecken in Form eines Klobeckens auf derselben Höhe wie eine normale Toilette und meistens ist dieses Bidet auch direkt neben der eigentlichen Toilettenschüssel. Aber es verhält sich wie ein Waschbecken. Ja, genau. Das hast du sehr schön gesagt. Und da kannst du dich halt theoretisch draufsetzen. So wie du dich aufs Klo setzt? Nee, andersrum. Andersrum? Ja, du setzt dich, also ich meine, gut, du kannst dich auch so darauf setzen, wie du dich aufs Klo hinsetzt, aber es ist halt praktischer dich in Richtung der Wand beziehungsweise in Richtung des... Ja, sorry Julia, aber es kommt halt drauf an, was du waschen willst. Also wenn du deinen Arsch waschen willst, dann brauchst du dich nicht mit dem Arsch weg von dem Ding setzen. dann setz dich andersrum drauf. Aber was ich sagen wollte, ich liebe Bidet, weil gerade für Frauen, die halt ihre Periode bekommen, ist Bidet halt einfach Gamechanger. Ist mega geil, wirklich. Weil du dich quasi einfach fix frisch machen kannst. Ja, es ist einfach toll. Und seitdem vermisse ich es und seitdem ich es nicht mehr habe. Aber das hat ja jetzt gar nichts mit feuchtem Toilettenpapier zu tun. Doch. Nimmst du feuchtes... Nimmst du feuchtes Toilettenpapier für vorne? Joey, können wir bitte... Manchmal, wenn ich Blut irgendwo wegmachen muss, ja, okay? Manchmal ja. Ja, die Situation kenne ich nicht. Sorry Julia. Ich nehme es halt nur für hinten. Ja, ist okay, weißt du, ich bin... Oh mein Gott, ey. Wo bin ich hier gerade schon wieder gelandet, wirklich? Nee, aber seitdem ich kein Bidet mehr habe, benutze ich feuchtes Toilettenpapier und bin sehr dankbar dafür. Aber ich würde jedes Mal ein Bidet dem feuchten Toilettenpapier vorziehen. Das finde ich sehr interessant. Ich bin nämlich auch mit einem Bidet aufgewachsen und ich vermisse es gar nicht. Ja, du hast auch nicht deine Tage. Ja, wahrscheinlich liegt es auch einfach wirklich daran, Das ist halt wirklich 99 Prozent der Grund, warum ich das haben wollte und hatte und immer benutzt habe. Also Bidet ist nichts für dich nach dem Kacken, jetzt mal um Butter bei die Fische zu machen? nee, nee. Also ich habe mich jetzt nicht da mit meinem... Nee. Das Ding ist, meine Eltern haben... Also jemand kommt drauf an, aber eigentlich... Nee, eigentlich nicht. Meine Eltern haben mir damals erklärt, als sie quasi mir erklärt haben, wie das Ding funktioniert, so man wischt sich erst den Arsch ab und um dann die Extraportion Pflege hinten zu bekommen, nimmst du dann einfach einen Wasserstrahl und machst nochmal so drüber, damit es einfach noch frischer ist. Weil eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, einfach nur mit trockenem Papier sich da sauber zu putzen, da wird ja nicht zu 100 Prozent sauber. Du verschmierst es ja dann teilweise nur noch. Kommt drauf an, wie sauber du kackst. Um es mal so zu sagen, aber ja, klar, also... Kennst du das, wenn du... Ich weiß nicht, ob das jetzt zu tief geht, Julia. Joey, ganz ehrlich, es ist wirklich... Ich frage mich manchmal ehrlich, jetzt aktuell vor allen Dingen, wo so Bunte und diese ganzen Leute so, also diese ganzen Magazinen und so auf mich zukommen, haben die jemals unseren Podcast gehört? Weil ich glaube, dann würden sie nicht mehr mit mir reden wollen, weil ich rede hier darüber, wie ich meinen Arsch abfische. Ja, deswegen machst du nämlich keine Promo, weil du nicht willst, dass sie das hören, ne? Ja, ja, das ist hier nämlich so dein Top-Secret-Ding, so dein heimliches Projekt hier. Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Nee, aber da habe ich letztens auch, das ist noch so eine Sache, wie nennst du diesen Behälter und so weiter. Wie nennst du denn dieses, wenn das... Es passiert ja nicht oft, dass du dein Geschäft erledigst und dann versuchst, dich sauber zu machen und merkst, hä, ist ja gar nichts dran. Hast du einen Begriff dafür? Nein. Nein? Warum? Ja, weil ich dafür einen Begriff habe. Und ganz viele andere auch. Also die meisten Leute... Aber wofür brauchst du denn einen Begriff dafür? Weil du danach rausgehst und auch erstmal hausieren gehst und sagst, ey, hab einen sauberen Schiss gemacht. Sauberer Schiss ist auch ein guter Begriff dafür. Nee, das ist... Wie nennst du es denn? Also früher irgendwie... Keine Ahnung, im Kindergarten hat man da, glaube ich, schon drüber geredet. Da hat man das Glückswurst genannt. Ich hab ne Glückswurst. Weil die halt den Arsch nicht abwischen musst. Und irgendjemand anderes letztens, als ich gefragt habe, hat gesagt, der nennt das ne Geisterwurst. Weil es sich so anfühlt, als wäre sie nie da gewesen. Weil ja sie keine Spuren hinterlässt. Ich glaube übrigens, dass das nicht stimmt, dass sie keine Spuren hinterlässt. Wieso? Die läuft ja... Die geht ja... Können wir einfach aufhören? Ja, wir können es im Endeffekt auch noch rausschneiden, wenn es zu unangenehm wird. Nein, es ist nicht zu unangenehm. Ich sag's jetzt einfach, es geht ja trotzdem durchs... Loch durch. Ja. Das kann ja nicht... Also... Du musst ja irgendeine Spur hinterlassen, wenn nicht außen, aber... Okay, nee, Wir müssen jetzt wirklich aufhören, darüber zu reden. Also jetzt wird's langsam auch für mich unangenehm hier. Ja. Langsam? Wirklich? Okay. Aber ey, ich hab noch direkt, wenn... Für dieses unangenehme Thema, ich hab noch was anderes, was sehr unangenehm ist. Die nächste Frage lautet nämlich... Ey, Leute, Julia, die kommen nicht von mir, ne? Nur an dieser Stelle... Aber du hast sie ausgewählt. Es ist jetzt nicht so, dass es die einzigen Fragen waren, die du bekommen hast. Du hättest sie auch nicht auswählen können. So ist ja... Die knackigen Fragen kommen von unserer Community. Und ich fand, ich muss einfach sehr lange drüber nachdenken, so. Und ich hab auch eine Antwort, wenn du möchtest, kann ich auch meine Antwort einfach nennen. Nein, nein, erzähl's. Ich werde sowieso beantworten. Folgendes Szenario. Dein Freund und dein Vater tauschen auf mysteriöse Weise Körper. Ich weiß nicht, ob ich's... Ne, Joey, nein! Nein, 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 nein. Ja, Julia, wir schneiden diese Frage raus. Also das... Ne, das ist mir ein bisschen too much. Wir können das gerne drin lassen. Ne, 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 ne. Aber beantworten will ich das jetzt nicht. Es ist mir, ehrlich gesagt, gerade auch ein bisschen unangenehm. Melina, mach hier, mach einen schönen Cut da rein. Ehrlich jetzt? Ich find's mega funny. Wie findest du? Ich find's super lustig. Können wir das bitte drin lassen? Ja, Mal gucken. Komm. Okay, also. Nächste Frage, Julia. Bist du ready? Ja. Wenn du dir eine Sportart aussuchen könntest, in der du richtig gut wärst, also quasi du könntest das jetzt einfach wählen und du wärst direkt richtig gut darin. Welche wäre es? Wo würdest du so richtig gut drin sein, weil du es cool findest? Ähm. Schlittschuh laufen? Schl... Hä? So eiskunstlaufen mäßig mit Pirouetten? Voll geil. Stell dir mal vor, du bist so eine richtig krasse Eiskunstläuferin. Alter, wie geil. Ja, aber sehe ich dich auch so ein bisschen drin. Also hätte ich jetzt irgendwie niemals gedacht, wäre ich nicht drauf gekommen. Und dann so mit Saltos und so, also so richtig krass einfach. Imagine. Das kannst du auf dem Eis. Saltos auf Eis ist aber auch so ein unnötiges, so ein unnötiger Risikofaktor. So, warum musst du riskieren, einen Schädelbasisbruch zu bekommen? das ist vielleicht ein bisschen too much, aber so ein Eiskunstlaufer schon krass. Ja, das ist glaube ich auch richtig schwer. Aber es ist irgendwann dann wieder so, es ist so krass und so crazy, dass man sich dann so denkt, irgendwie auch wieder völlig unnötig, sich so eine Gefahr auszusetzen, weißt du? Naja, kannst du, ja, ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst, ich kann mich dafür auch begeistern, weil bei mir wäre es was ähnliches, zumindest was diesen Risikofaktor angeht, weil ich glaube, bei mir wäre es Turnen. So kennst du das? Ja, ich hatte gerade auch erst über Turnen nachgedacht, aber Eiskunstlaufer finde ich auch krasser. Ja, erzähl. Also wenn du dir manchmal so anguckst, wie die auf so einem Balken, du kannst ja, es gibt ja quasi den Balken als Gerät beim Turnen und das ist wirklich nur so, keine Ahnung, wie breit ist das, 10 Zentimeter, 15? Und dann machen die da auch so Backflips da drauf und die craziesten Sachen, wo du dir so denkst, boah, wenn dein Fuß nur ein paar Zentimeter weiter seitlicher aufkommt, dann bist du aber sofort, kannst du nie wieder ein Kind bekommen und wenn du Pech hast, stirbst du auch einfach daran, so weißt du, das ist so unnötig risikobehaftet, wo ich mir denke, warum, warum tust du dir das an? Aber es sieht ultra krass aus, finde ich. Ja, ich finde auch, es sieht ultra krass aus, aber ganz ehrlich, egal wie gut du darin bist, es kann immer passieren halt, ne? Und das ist halt wirklich so, also deswegen würde ich, glaube ich, auch Turnen nicht wählen, weil das ist schon nochmal wesentlich risikoreicher, dass du da irgendwie falsch aufkommst, egal wie gut du bist. Kann auch äußere Einwirkungen sein, dass irgendjemand aus Versehen gerade da über den Balken geputzt hat und dann noch nicht weggewischt hat oder was auch immer. Aber gut, kann dir auch auf dem Eis passieren als Eiskunstläufer. Ja, aber ich glaube, wenn du auf dem Eis einen Unfall hast, dann bist du nicht so schnell querschnittsgelähmt, als wenn du mit der Wirbelsäule auf dem Balken aufkommst. Ja, aber ich finde, auf so einer Stange, weißt du? Nachdem du 13 Backflips hast und eine richtig krasse Geschwindigkeit. Ja, sehe ich auch so, aber ich glaube, Eiskunstlaufen zählt auch schon zu den eher gefährlicheren Sportarten. Aber andererseits, was zählt dann wieder nicht dazu? ja klar, Fußball, Basketball ist irgendwo noch abzuschätzen, wie hoch das Risiko ist. Also, da weißt du nicht, wenn du jetzt Pech hast, dass du direkt quasi tot bist. Boah, das fände ich aber auch hot, so richtig, richtig gut im Basketball zu sein. Das fände ich auch geil. Krass, das ist zum Beispiel was, das führe ich gar nicht. Und da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber geredet, wo ich es auch gar nicht, also was ich gar nicht beeindruckend finde, obwohl ich weiß, wie krass es eigentlich ist, ist tanzen. Egal, wie krass jemand tanzen kann. Oh. Oh stimmt, du bist, ja sorry, aber muss ich jetzt trotzdem mal sagen. Das ist okay, Joey. Ja, aber ich weiß nicht, das ist so nichts, wenn ich dann tanzen kann, ab bald, hoffentlich, dann werde ich dir mal ein bisschen was zeigen und dann wirst du sehen, wie schwer das ist. Ja, das war, also ich weiß ja, wie schwer das ist. Und dann, ich weiß ja auch, ja, habe ich gerade gemerkt, dass es trotzdem an deiner Faszination wahrscheinlich nichts ändert. Genau, das ist es ja, das ist es ja, also ich weiß, dass es unglaublich viel Übung braucht, Talent und richtig, also du musst einfach übelst krass am Ball bleiben, um das überhaupt mal so krass hinzukriegen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, aber trotzdem ist es etwas, wo ich jetzt nicht mit offenem Mund da sitze und denke, Alter, wie kriegt das ein Mensch hin? Aber das habe ich jetzt zum Beispiel beim Turnen voll. Wenn ich da so eine Alte sehe, die so ein Backflit auf so einen Balken macht, denke ich mir so, Alter, das ist doch kein Mensch. Das muss doch irgendein Außerirdischer sein, gerade der das macht. Das geht doch gar nicht. Gut, also bei dir wäre es Eiskunstlaufen? Mhm, bei dir Turnen. Ja, Turnen. Alright. Alright. Okay, Julia, wenn du in deine Wohnung kommst oder auch eine andere, ist eigentlich egal, direkt Schuhe ausziehen oder anlassen, wie stehst du dazu? Boah, ich bin voll schlimm, da reich las immer meine Schuhe an. Ich dachte es mir und ich verstehe das nicht. Ich hasse das. Ja, Matthias auch nicht. Matthias ist auch wirklich immer so, sobald ich einen Schritt zu weit in die Wohnung gehe und meine Schuhe nicht ausziehe, ist er direkt so, na, hast du mal wieder deine Schuhe angelassen? Wirklich. Also, mittlerweile habe ich mir das irgendwie angewöhnt. Ich habe das früher nie gemacht und bei anderen mache ich das auch nicht. Also bei anderen ziehe ich auch immer sofort meine Schuhe aus, aber bei mir selber, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich mache das irgendwie nicht. Also es sei denn, meine Schuhe sind halt super dreckig, aber ansonsten passierte halt nichts und ich habe mir das angewöhnt, weil meine Mama das irgendwann angefangen hat. So nach den Einkäufen, also wenn sie einkaufen war, hat sie dann immer ihre Schuhe noch für eine Zeit lang angelassen. Und dann habe ich das irgendwann auch angefangen und irgendwie, weiß ich nicht, mache ich das? Also das Ding ist aber, glaube ich, ich glaube, die Mehrheit in Deutschland sind relativ locker, was Schuhe in der Wohnung anlassen angeht. Weil, also, ich weiß, dass es zum Beispiel im Osten von Deutschland nicht so verbreitet ist. Aber wirklich, du kommst zur Tür rein und egal, wie oft du nochmal raus musst, du ziehst dir immer die Schuhe vorher aus und danach wieder an, wenn du wieder raus willst, weil du gehst nicht auf den frisch gebüschten Boden mit den Straßenschuhen, wo du eben noch vielleicht im Dixi-Klo standest. So, weißt du? Ja, ist ja eigentlich auch richtig. Und, ähm, ich mache das auch nur, wenn ich jetzt irgendwie, also ich würde niemals jetzt über Teppich oder so laufen mit Schuhen. Weißt du? Aber hier ist halt eh überall, äh, so Holzlaminat, Kack. Ähm, übrigens habe ich jetzt auch das Problem, dass ich echt einen Holzboden habe und muss jetzt immer aufpassen. Ja, hast du auch empfindliche Eiche? Ich habe jetzt auch empfindliche Eiche. Ganz ehrlich, wirklich. Und davor hatte ich ja, in meiner alten Wohnung hatte ich so einen Boden, der sah aus wie Holz, aber der war in der ganzen Wohnung verteilt, war das so ein Badezimmerholzboden, wo du egal, wie lange Wasser drauf lassen kannst, ähm, ist scheiß, ist scheißegal. Und jetzt muss ich halt richtig aufpassen. Also wenn du einen Tropfen zu lange drauf lässt, einen Wassertropfen, dann sieht man den dann auch, dann bleibt der. Ja. Ja. Nicht, dass das schon passiert ist. Ja. Ja. welcome to the club. Ja, scheiße ist das. Ja, egal. Wo waren wir jetzt gerade? Ach, so schuhen lassen. Grundsätzlich verstehe ich das, ich auch manchmal, wenn ich irgendwie jetzt schon aus der Tür raus bin und dann merke, ah, ich habe irgendwas vergessen, dann laufe ich auch nochmal quasi durch einen halben Raum damit. Im Leben würde ich da meine Schuhe nicht nochmal ausziehen, ganz ehrlich. Aber es gibt ja auch Leute, das Leben ist zu kurz. Das Ding ist, pass auf, ich bin nach Köln gezogen und dann kam so in meine Wohnung, in die ich frisch gezogen bin, kamen dann so Leute, die zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel mein Vermieter oder, ähm, wenn, wenn Leute da zu Besuch waren, die da irgendwas im Haus noch gemacht haben, die eine längere Zeit da waren, dann haben die immer ihre Schuhe angelassen und nicht mal gefragt, soll ich die ausziehen? So, weißt du? Und manchmal auch irgendwelche, Ja, das ist nicht so cool. die dann einfach nicht darauf gekommen sind, dass es mich in irgendeiner Weise stören würde, dass sie ihre Schuhe anlassen. Ne, das finde ich komisch. Also, das, äh, würde ich jetzt nicht machen und kenne ich auch nicht so. Aber es ist hier, also, ich, ich weiß nicht, ob es ein Köln-Ding ist oder ein Rheinland-Ding oder ein NRW-Ding, aber, ähm. Ne, ne. No, no, da muss ich uns jetzt ja immer verteidigen. Okay, ich habe das dann nämlich irgendwann meinem Vermieter gesagt, weil der andauernd mit Schuhen in meine Wohnung gelatscht ist, so, ey, stimmt, ich war auch mal irgendwie damals in den 90er-Jahren im Osten und da sollte ich die auch ausziehen. Das fand ich total komisch. Ich so, echt? Ich finde das gar nicht komisch. Ich hätte gerne einen sauberen Boden, so, weißt du? Hä? Okay, das liegt dann aber an ihm. Das ist ja komisch. Okay, crazy. Der war so ein Supernetz. Ja, aber ich bin teilweise sogar, ja, hm. Ich will jetzt nicht gegen ihn bashen. Ja, okay. Ich bin teilweise sogar so eine weirde Alte. Das ist aber auch einfach wirklich nur Faulheit. Ich laufe manchmal, ähm, mit Hausschuhen oder mit Pantoffeln nach draußen und bringe den Müll weg und hab dann, ähm, teilweise nasse Pantoffeln, weil es draußen geregnet hat und geh damit dann halt einfach wieder rein. Ja, mein aber auch. Anstatt, dass ich, das, also, ja, mega dumm eigentlich. Ja, aber dann mach ich die ja sauber beim, beim, also, am Abtreter vor der Tür. Ja, trotzdem hast du dann ja irgendwie manchmal noch ein bisschen Schmarrn da dran. Ja, aber das Ding ist, was, also, das ist ja dann wirklich nur Dreck von vor der Tür, aber ich denke mir wirklich, wenn ich mir manchmal überlege, an was für Orten. Das ist dann okay. Ja, aber stell dir mal vor, an was für Orten du manchmal bist mit deinen Straßenschuhen. Wenn du zum Beispiel an so einer Autobahn, an so einer Autobahntoilette bist, wo alles so krank nach Pisse und Scheiße riecht, wo du dir so denkst, boah, ich glaube, ich fall gleich in Ohnmacht durch den Geruch. So, und dann ladest du da auch noch durch und damit dann durch deine Wohnung. Das ist nochmal was anderes, als wenn du einfach nur durch den, über den Nassen, über deine Rabatte vorne läufst. Wie heißt denn das? Das, was vor deiner Tür ist. Rabatte? Terrasse? Wie nennt man das? Terrasse? Eingangsbereich deiner Tür. Keine Ahnung, ja. Ja, verstehe ich. Das ist halt trotzdem eigentlich dämlich, so durch den Regen zu laufen und sich zu denken, oh ja, macht nix. Ja, manchmal denke ich mir auch so wenig, wie ich wische, dass ich mich da überhaupt drüber aufrege. Ja, wirklich? Ich wollte gerade sagen, also du regst dich darüber auf, dass Leute mit Straßenschuhen in deine Wohnung kommen, aber du gehst mit Pantoffeln nach draußen, wenn es regnet. Das passiert ja jetzt auch nicht so oft. Hä, willst du mich jetzt hier an Pranger stellen oder was? Jetzt ist aber mal gut hier vor allein. Nee, aber kennst du das? Kennst du das? Das hat mich als Kind schon aufgeregt, wenn ich so amerikanische Filme oder Serien geguckt habe, dass ganz oft die Leute mit Straßenschuhen dann in ihrem Bett liegen. Was? Kennst du das nicht? Das passiert voll oft in so amerikanischen Produktionen. Dass einfach die Leute ihre Schuhe generell zu Hause nicht ausziehen. Und das ist einfach ein Filmfehler. Das macht doch niemand. das liegt, ja, ich glaube, also entweder sind das halt wieder mal Amerikaner. You never know. Die sind halt teilweise ein bisschen crazy. Oder es liegt halt einfach daran, dass es für den Film besser ist, wenn die nicht noch ein paar Sekunden dafür verschwenden müssen, Schuhe an- und auszuziehen. Ja, aber ich finde, das triggert mich so hart, dass ich mir denke, ja, also diese paar Sekunden Schuhe an- und ausziehen könnt ihr jetzt auch noch mit in Kauf nehmen dafür. Ja, aber ganz ehrlich, also ich hatte das jetzt, gerade beim Dreh von gestern, weil wir noch Kinder, gab es tatsächlich eine Szene, wo ich meine Schuhe so richtig schnell anziehen musste, weil ich nach draußen rennen musste. Und das hat halt auch einfach nicht geklappt, ne? Also das hat wirklich so lange gedauert. Die haben dieses Schuh-Anzieh-Ding, haben die so kurz geschnitten, dass ich in der Zeit nicht mal einen Schuh hätte anziehen können. Na, okay. Also so auf normale Art und Weise eigentlich. Und die schneiden das halt so kurz, weil das ist halt auch einfach nervig. Du bist ja in so einer Szene drin. Ja, aber das sind dann halt auch so Sachen, wo ich denke, ja, dann lass lieber die Schuhe vorher an, anstatt dann da so ein unrealistisches Schuh-Anziehen zu machen. Obwohl, das fällt wahrscheinlich niemandem auf außer mir, weil ich wusste, dass es eigentlich viel länger gedauert hat. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, aber guck mal, es ist doch viel unrealistischer, mit Straßenschuh in deinem Bett zu liegen. Und dann berührt das, was du nachts da an deiner nackten Haut hast, das berührt gerade deinen ekligen Außensohlenbelag. Bah, ekelhaft. Ja, das stimmt. Also mit Straßenschuhen im Bett finde ich auch ganz schlimm. Aber es gibt auch Menschen, bist du jemand, der sagt, mit Straßenhose im Bett ist schlimm? Ja, geh ich auch nicht. Ich setze mich nicht aufs Bett mit meiner Hose. Ich versuche es zumindest zu vermeiden. Das mache ich, ist mir scheißegal. Ich lege mich auch ins Bett manchmal. Ich bin dann aber so weird, dass ich dann trotzdem mir nicht eine Tagesdecke oder sowas hole, weil Tagesdecke mag ich auch nicht. Voll anstrengend. Ich denke mir so, ich habe doch genug andere Orte, wo ich mich tagsüber hinsetzen kann. So, das Bett ist nur da. Ja, aber Bett ist manchmal schon geil. Nee, ich gehe wirklich nur ins Bett abends, wenn ich schlafen will. Da habe ich sonst nichts drin verloren. Sorry. Aber da bin ich auch komisch. Okay, vernünftiger, ich habe mein Leben im Griff, Mensch. Nee, ich glaube, das ist wieder so eine, wie sagt man, das hast du da letztens zu mir gesagt, dass ich irgendwie so nicht Tics habe, sondern so. Zwangsneurose? Ja, genau. Das ist so ein Zwang von mir. Nee, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, auch eigentlich die bessere Art und Weise zu leben. Ja, aber dafür, oh, das wollte ich dich auch noch mal fragen, dafür bin ich jemand, der super schlecht darin ist, regelmäßig seine Bettwäsche zu wechseln. Ich glaube, ich habe die viel zu lange drauf. Oh, das Gespräch hatte ich gestern noch, tatsächlich, weil wir einen Artikel gelesen haben, dass man alle zwei Wochen seine Bettwäsche wechseln soll, weil da Millionen von Milben und so sich drin sammeln. Ja, nicht nur Milben, sondern auch die Kotbällchen dieser Milben, die übrigens dafür verantwortlich sind, dass dieser Staub überhaupt entsteht. Der Hauptteil des Staubes in deiner Wohnung sind Milbenkotbällchen, Julia. Habe ich jetzt einfach in der S gegoogelt. Echt? Ich dachte, der Hauptteil... Hä? Also, ich habe gelesen, dass der Hauptteil des Staubes in deiner Wohnung eigentlich abgestorbene Körper, ähm, nicht Teile, sondern abgestorbene Hautzellen und sowas von dir selber sind. Aber wahrscheinlich ist es eine Mischung aus Milbenkot- und Hauptkörperzellen. Hauptteil habe ich dazu gedichtet, aber einen wesentlichen Teil bilden auch diese Kotbällchen. Das fand ich schon eklig. Ihr werdet wieder falsche Informationen überbracht. Ja, zum Glück sind wir kein Wissens-Podcast, hm? Naja. Okay, I see. Ja, also, da ist mir dann auch wieder aufgefallen, oh, also ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig dran, wann ich jetzt meine Bettwäsche gewecktelt habe. Sollte ich mal wieder tun. Mache ich, glaube ich, auch heute. Ja, ich sage mal so, das letzte Mal habe ich meine Bettwäsche letztes Jahr gewechselt. Upsi. Ja, letztes Jahr ist jetzt auch noch nicht so lange her. Ja, Julia, der Monat ist fast vorbei. Nächste Woche ist Februar. Ja, okay, was denkst du, wie oft du deine Bettwäsche wechselst? Ich sage, ich mache das alle zwei, drei Monate. So lange? Aber es ist halt bei mir auch so, ich schlafe nicht oft in meinem eigenen Bett. Vielleicht liegt es daran auch noch, weißt du? Ja, aber dann denke ich mal. Ich bin ja super viel woanders und in Hotels und keine Ahnung was und deswegen wird die auch nicht so krass schnell lange benutzt. Aber da habe ich dann aber irgendwie auch so wieder diesen Zwang, wenn ich länger als eine Woche nicht in meinem eigenen Bett geschlafen habe, dann fühle ich mich unwohl in der alten Bettwäsche. Dann muss ich wechseln. Weil dann habe ich das Gefühl, dass da schon voll alles verstaubt und sowas. Aber wahrscheinlich verstaubt es viel schneller, wenn du drin schläfst, wegen der ganzen Hautschüppchen, die ja da drin liegen dann. Ja. Nee, also ich glaube, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Alle drei Monate war jetzt auch ein bisschen reizgegriffen. Ja, das ist ein Vierteljahr, Julia. Ja, ich wollte gerade sagen, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Aber schon alle zwei Monate kann ich mir schon vorstellen, dass es tatsächlich diese Zeitspanne ist. Ja, ich glaube, wenn ich es jetzt mal hochrechne, ist es bei mir durchschnittlich alle sechs Wochen, so fünf, sechs Wochen. Ja, aber alles davor, auch hart anstrengend, immer so oft sein Bett zu beziehen, ganz ehrlich. Ich denke mir auch, alle zwei Wochen, das ist ja auch nicht gut für die Umwelt, so oft deine Bettwäsche zu waschen. So was denke ich mir dann. Ja, finde ich auch irgendwie krass. Weiß ich nicht. Haben wir halt die Kotbällchen an uns dran kleben, sieht man doch eh nicht. Ja, eben. Ganz ehrlich. Aber vielleicht riechen wir deswegen nicht so gut oft. Aber mit Schuhen ins Bett? Diese Logik. Ja. Ja, das war die letzte Frage. Nee, das war die letzte Frage. Echt? Wie oft wächst deine Bettwäsche? Alle zwei Monate. Das waren fünf Fragen? Nee, eigentlich haben wir noch eine. Wollen wir noch eine machen? Wir sind schon wieder hier am Überziehen, Julia. Es wird die längste Folge des Jahres mal wieder hier. Ja, wie immer. Ist doch schön. Frag mich jetzt die letzte Frage. Komm. Okay, dann musst du mir auch versprechen, dass du sie beantwortest, okay? Weiß ich noch nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob du sie beantworten willst. Bei deinen Fragen heute. Es wird nichts Fäkalisches. Das ist nett. Aber es könnte sein, dass es sich so verhält wie bei mir mit der Couch, wo ich nicht sagen will, wo ich sie her habe, damit niemand anders meine coole Couch hat. Okay, erzähl. Wie würdest du deine Kinder nennen? Weiß ich nicht. Aber jetzt am ehesten vom jetzigen Stand her. Also wenn du jetzt einen Jungen und ein Mädchen bekommen würdest. Einen Jungen und ein Mädchen. Joey, darüber müsste ich erst mal nachdenken. Und ich denke darüber ganz oft nach, tatsächlich. Also nicht, weil ich Kinder kriegen will jetzt bald. Aber einfach, weil ich mich auf nichts einigen kann mit mir selbst. Es ist tatsächlich so. Ich habe eine Zeit lang gedacht, ich würde mein Kind gerne Finn nennen. Matthias ist da aber absolut gegen. Er sagt, Finn ist ein Hund, wenn überhaupt. Und kein Kind. Allerdings war es... Ich finde Finn eigentlich ganz süß. Ich finde Finn auch mega süß. Aber es ist schon wieder so, jeder Zweite heißt schon wieder Finn heutzutage. Ja, das auch. Und er meinte halt auch, Fins sind immer Opfer. Findest du? Nicht, finde. Nein, Matthias sagt das. Finde ich halt auch nicht. Ich finde, Finn klingt so ein bisschen so... Ich finde kein besseres Wort ein, außer so schelmisch. Das ist so ein kleiner Racker irgendwie, Finn. Der macht, der baut so ein bisschen Scheiße. Aber ich... Ja, aber ich finde irgendwie Finn ist ein süßer Name. Ich finde den cool. Ja, ich mag den auch. Ja, also eigentlich hätte ich... Eigentlich würde ich sagen Finn. Und Mädchen? Aber beim Mädchen weiß ich es nicht, weil es klingt halt total bekloppt, aber ich finde meinen Namen irgendwie am Sch... Boah, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich finde... Nee, kein Witz. Ich finde den Namen Julia wirklich richtig schön. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich nicht Julia heißen würde, hätte ich mein Kind bestimmt Julia genannt. Das ist nicht dein Ernst. Echt jetzt? So eine bist du? Ich finde einfach, meine Eltern haben eine gute Wahl getroffen. Ist doch nicht schlimm. Also, ich finde den Namen Julia auch schön. Ich finde ihn irgendwie auch nicht... Obwohl, ich glaube, der ist zu unmodern, um ihn jetzt in der heutigen Zeit noch... Ich glaube, ich hätte ihn wahrscheinlich nicht genommen. Nee, ich finde, es geht noch so von der Modernität her. Also, er ist jetzt nicht so super up to date, aber passt, finde ich, noch. Aber andererseits... Ah, irgendwie finde ich ihn dann doch zu herkömmlich. Sorry. Ja, stimmt. Nee, kann ich verstehen. Ich habe... Also, beim Mädchen bin ich immer noch so am struggeln. Ich weiß es nicht. Leonie nicht, oder? Ich denke immer... Nee, auf keinen. Ich finde immer den Namen... Ich finde den... Hey, sorry, Leonie. Auf keinen. Die nicht mal Leonie heißt. Nee, guck mal. Ich finde den Namen Emilia eigentlich süß. Und schön. Aber irgendwie finde ich den auch wieder zu spießig. Was ich eigentlich cool finde, ist ein Name, wo ich dann einen Spitznamen draus machen kann. Mhm. Ja, bei Julia kannst du auch keinen Spitzname draus machen. Nee, kannst du halt nicht. Aber da war Matthias dann auch wieder so, ja, aber hä, warum nennst du denn dein Kind Emilia, wenn du es die ganze Zeit nur Lilly nennen willst? Was ich dann auch wieder verstehen kann, weil macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Und keine Ahnung, ich habe noch keinen weiblichen Namen gefunden, wo ich wirklich sage, den finde ich schön. Und den finde ich auch mein ganzes Leben lang schön und bereue es nicht, irgendwann mein Kind so genannt zu haben. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde es aber auch affig, ein Kind irgendwie zu nennen, damit du es irgendwie bei einem komplett anderen Spitznamen nennen kannst. Das ist wirklich Quatsch. Ja, es ist ja auch Quatsch. Es ist ja auch Quatsch. Ich weiß. Ja, also das kannst du dir abschminken wieder. Aber okay, ist doch trotzdem, also ist doch trotzdem eine Antwort auf die Frage. Du weißt es noch nicht bei einem Mädchen und der Junge heißt Finn. Ja, das Ding ist, es ist ja eh nur, also, Theoretisch. Ja, es wird ja niemals passieren because I just don't like kids. Ich habe letztens so einen Artikel gelesen, was so die beliebtesten Kindernamen 2022 in Deutschland waren. Und da war irgendwie, also es war noch nicht in den Top 10, aber richtig krass am Kommen, während jetzt die die jungen Namen Kurt und noch irgendwas. Ja, das habe ich auch gesehen. Aber ich finde ganz ehrlich, solche Kindernamen wie Theo und sowas. Kurt und Friedrich. Friedrich, ja, das ist ein bisschen too much, Kurt. Aber sowas wie Theo und so finde ich wieder süß. Ja, Theodor klingt mega süß, finde ich. Aber halt auch wieder wie das Kind, was gemobbt wird, muss ich jetzt an dieser Stelle auch mal sagen. Nee, ich würde das Kind halt Theo nennen, dann nicht Theodor. Oh doch, ich würde es Theodor nennen. Ja, aber das ist ja wieder genau das Gleiche, dass du dann dein Kind halt nur bei Spitznamen nennen willst. Ja, aber das ist wie... Oder würdest du es auch Theodor nennen? Ja, aber irgendwie finde ich die Steffis komisch, die wirklich Steffi heißen anstatt Stefanie. Ja, das stimmt. Das finde ich auch komisch. Aber ein Theo ist doch einfach ein Name, oder nicht, mittlerweile? Ja, ich glaube auch, das ist ein normaler Name. Theo geht doch als Name durch. Aber Theodor klingt irgendwie schon süß, muss ich sagen. So ein kleiner Theodor. Ja, aber das ist halt auch wieder genau was. Das klingt halt nur süß, solange es ein kleines Kind ist. Wenn der dann halt 15 ist, Theodor genannt hast. Meinst du, nur weil ein Theodor noch dran ist, ist er jetzt das Opfer? Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also bei dem Namen zumindest. Ich musste mich auch erstmal an Matthias' Namen gewöhnen. Ja, ja stimmt. Matthias hat auf jeden Fall sehr unüblichen Namen für sein Alter. Ja, voll. So, ist halt irgendwie... Es gibt Namen, die sind bei so einem bestimmten Alter einfach ungewöhnlich so. Weißt du? Und das ist halt erstmal so ein bisschen so... Okay, interessant. Also ich dachte am Anfang, als ich das gelesen habe, mit Kurt auch so direkt so, um Gottes Willen. Aber irgendwie, wenn man sich das mal ganz neutral betrachtet, ich finde Kurt klingt cool. Ich glaube, ich würde mein Kind Kurt nennen. Ja, bei dir kann ich mir das vorstellen. Du würdest das sogar wirklich nur machen. Was ich auch cool finde, ist Wilhelm. Aber nee. Da gibt es im Deutschen keine gute Abkürzung vor und Wilhelm ist einfach zu lang. Willi. Ja, aber Willi ist ja... Also Willi wird gemobbt zu 100 Prozent. Sorry. Aber Willi wird keine gute Kindheit haben. Mein Papa wird immer Willi genannt und ich wurde auch immer Willi genannt in der Schule teilweise wegen meinem Nachnamen. Okay. Wie du jetzt auch so einfach so darüber sprichst, Julia. Ich dachte so, Oha, Tee. Ja, ich dachte auch gerade so, Oh mein Gott. Aber der ist ja jetzt eh, kennt man ja jetzt eh. Kann man jetzt googeln, Leute. Wenn ihr wissen wollt, wie Julia mit Nachnamen heißt, dann... Ja, müsst ihr jetzt auch nicht machen. Aber ja, doch müsst ihr machen. Wird ja eh irgendwann öffentlich. Müssen sie nicht. Ist es ja schon. Es ist meistens scheißegal, wie du mit Nachnamen heißt, Julia. Jetzt mach aber bitte keine große Nummer draus, ja. Du bist jetzt auch nicht so richtig. Ich finde das immer super spannend, wie Leute wirklich mit Nachnamen heißen. Ja, es war auch offensichtlich nur Spaß. Ja, ich weiß. Nee, ja, genau. Ja, aber nee, Willi auf gar keinen Fall. Deswegen würde ich ihn wahrscheinlich nicht Wilhelm nennen. Ich glaube, ein Mädchen würde Selma heißen. Ich finde Selma richtig schön. Boah, schrecklich. Boah, Joey, nee. Also gut, dass wir keine Kinder zusammen bekommen müssen, weil weder Theodor noch Kurt noch Selma würde bei mir ins Haus kommen oder in meinen, weiß ich nicht, was auch immer. Okay, meine Oma heißt zwar Selma, aber ist okay. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Meine Oma hört jetzt diesen Podcast an, glaube ich nicht mehr. Ja, aber meine Oma heißt Ingrid, ich würde mein Kind trotzdem nicht so nennen. Ja, ist auch okay. Aber Ingrid wäre auch süß. Ganz ehrlich, ich würde die auch Ingrid nennen. Was ich süß finde mittlerweile ist Mathilda. Boah, ist auch schon wieder so Standard. Mathilda ist bestimmt auch in den Top Ten von 2022 gewesen. Echt? Ist das schon wieder so ein Ding? Du bist einfach zu standardmäßig, Julia, ganz ehrlich. Lass mich in Ruhe. Ja, aber ich bin da auch wieder, ich bin ja auch so, ich bin ja generell jemand, ich möchte irgendwie, dass das was, Du willst immer anders sein. Ja, es muss irgendwie was Außergewöhnliches sein bei mir. Ja, das ist ja auch okay, aber deswegen muss es ja nicht scheiße klingen. Ja, aber Selma klingt nicht scheiße, das ist nur, weil du es nicht kennst. Doch, ich kenne Selma. Ich nenne mein Kind ja nicht Bluthoff. Vielleicht ist das das Problem. Das ist halt auch immer das Ding, ich kann, egal wie schön ich Kindernamen finde, ich finde zum Beispiel, den Namen Friederike finde ich total süß. Ich finde auch den Namen Lara schön, aber ich habe halt Freunde, die so heißen und das kann ich mir mit Kindern nicht so nennen, ist einfach komisch. Ja. Ja, nee. Ich habe aber auf jeden Fall auch in diesem Artikel gelesen, das fand ich ganz witzig, ist mir gerade eingefallen, wegen unserer Kollegin Dagi Bee, ist einer der beliebtesten Jungsnamen jetzt. Wie heißt der? Der Sohn von ihr? Nelio, glaube ich, ne? Ja. Einfach weil, also der Name ist wegen Dagi durch die Decke gegangen. Ist schon crazy, oder? Ja. Muss er auch erstmal schaffen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Nelio klingt jetzt schon eher wie so ein Spaten-Jungs-Name. Findest du? Nee, ich finde Nelio eigentlich ist ein süßer Name. Ja, ich würde mein Kind nicht so nennen, aber ich finde es jetzt auch nicht schrecklich. Ja, nee, ich finde ihn süß. Sorry, Tari. Haben sie gut gemacht. Ja. So, Julia, das war die längste Folge unseres Lebens hier. Jetzt ist aber mal Schluss mit lustig. Also irgendwie... Ja, ich habe auch keinen Bock mehr jetzt hier. Ich muss irgendwie sagen, ich hatte bei noch keiner Folge so ein unangenehmes Gefühl wie nach der. Ich glaube, wir müssen hier irgendwas rausschneiden. Ja, aber das liegt auch an dir und deinen Fragen. Ja, irgendwie... Ich muss öfter... Ich muss mehr drüber nachdenken, wie das kommt, wenn ich dir die auch wirklich stelle. Manchmal lese ich die und denke mir so, das ist doch witzig, aber dann spreche ich die aus und denke mir so, ah, okay. Ein bisschen lustiges Schaden. Ich hoffe, wir lassen das drin. Naja, falls wir es nicht drin gelassen haben, sorry, Leute. Das war trotzdem super. Aber wir lassen es drin. Ich werde dich überreden. So, ich habe euch lieb. Ich hoffe, ihr habt noch eine tolle Woche oder ein Wochenende, was auch immer, wann ihr diese Folge hört. Und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. So ist es. Bis bald. Bye. Bye.